so hey yo zusammen willkommen zurück zu let's play total warhammer 2 wo wir irgendwie eine schlacht zu schlagen haben die richtig heftig ist es sieht so aus als würde ich nebelberg belagern es bedeutet dass wir hier richtig viel mit katapulten und warblitz kanon machen und ich glaube da gehe ich richtig rein und hau da alles weg hoffe ich hoffe ich mal gucken es hängt jetzt davon ab ich habe keine ahnung was für was für ein settlement nebelberg ist ich glaube maximal stufe 3 das heißt sie haben nicht die heftigen wort katapult blitz türme sondern normale so artillerie bum bumsels und das heißt sie haben eigentlich gar keine chance hier groß damage raus zu hauen gegen meine blitz kanon da habe ich ja einige mit kriegs second army die richtig heftig ist also vier gesails zwei so ding schredders ich glaube die laufen einfach nur durch die gegner und machen fat damage irgendwas habe ich hier oben was ist das ne das sind haare ok krasse haare naja das kissen ist mein friseur ihr wisst das ihr kennt das und was ich auch wieder habe warum auch immer ist quadelein man sieht das am abend so ein bisschen hier da wird wieder rum gequaddelt und ich weiß nicht warum und jetzt habe ich natürlich wieder sorge dass ich wieder los geht ich bin nämlich erst vor ein paar wochen vom cortison runter und jetzt geht das gequaddelt wieder los seltsamerweise nur am arm bisher aber dafür ziemlich nervig ziemlich energisch an den armen und augen spüre ich auch so ein bisschen hitze da quaddelt zwar nichts aber ich spüre hitze scheint alles wieder so in richtung allergie von irgendwas zu gehen ich weiß noch nicht was bisher ist es nicht so schlimm aber es nervt und ich habe die angst dass wieder schlimmer wird weil wenn es schlimmer wird muss ich wieder zum arzt dann muss ich wieder rumdruckseln in der hoffnung dass sie mir das cortison geben weil wenn sie es mir nicht geben und das wird wieder schlimmer dann kann ich wieder nicht leben wisst ihr das ist das ist das ist echt schlimm wenn man wenn man nesselsucht hat und es so heftig ist wie bei mir teilweise dann es gibt leute die ums noch schlimmer aber ich habe schon auch extrem schlimm und wenn die ärzte irgendwann sagen du sorry das ist ja keine dauerlösung lass mal was anderes probieren und du denkst dir dann alter ich habe schon vor vier jahren alles probiert was es auf diesem planeten gibt in deutschland und nichts davon hat funktioniert und ich will nicht wieder vier jahre meines lebens verlieren an einer krankheit die man mit cortison gut in den griff bekommt gib mir bitte das medikament das mir hilft ja dann ist halt drin muss man muss man da ehrlich sagen da ist halt dann die frage kriege ich was ich brauche oder nicht und wenn es dann heißt ja oder nicht dann ist halt einfach das ist halt einfach ätzend hier stehen ganz viele katapulte vermeintlich unbeaufsichtigt da würde ich mal ein paar ratten rein schmeißen so in der hoffnung dass die hier bei den katapulten ein bisschen damage drücken ähm naja tun sie nicht ah ok na gut wir haben wieder diese bonusratten so so noch mehr just sails die kommen jetzt mal hier hin schwupp und die mega kanonen die kommen jetzt mal hier so hin so gehts mal hier so hin ja ja so und dann haben wir rattling kanonen ok wo ist meine katapulte mir fehlt ein katapult mir fehlt immer ein katapult hier ist echt ätzend ja ich würde mal sagen die dingschredder auch wenn sie cool sind die brauche ich eher nicht so wirklich äh oder die rattling guns die können eigentlich weg weil beim belagern sind sie nicht so geil aber naja ja ich weiß es noch nicht muss noch mal gucken jetzt ok ja ich würde mal die dingschredder und die klaren moors ratten aber die sind free ja egal aber die können die können nach hause ich brauche die katapulte katapulte sind wichtig ja na gut so also ja ja sieht auch ganz gut aus trotzdem wie die da schaden drücken ist doch süß alles kaputt machen hier alles kaputt machen hier das tschirmchen auch noch das tschirmchen auch noch das tschirmchen auch noch ja los so naja so macht es mal kaputt hier bitte schön so ok gut gut die katapulte sind da das ist natürlich extremst nice die brauche ich auch und ja dem seine katapulte können wie weit feuern na geht noch ok weil ich habe ja hier irgendwo den warblock technikos da kommt man nach vorne bitte und und die jesails ja weiß ich noch nicht die schießen zwar hier so ein bisschen aber viel damage machen sie nicht ähm ich würde mal den seuchenpriester nach vorne schicken weil der kann natürlich hier mit seiner seuche ordentlichen schaden drücken das sollt ihr dann auch bitte ähm versuchen so katapulte schön in die position würde ich jetzt mal hier so aufstellen na so die kanonen kommt hier so hin na technikos hier wir machen jetzt so eine richtig schöne professionelle belagerung äh ich würde nochmal versuchen hier ein paar ratten rauszuhauen die schaden drücken einfach nochmal probieren vielleicht klappt es ja so aber wir haben schon richtig Schiss naja ne na gut ist sich verändert tragisch whatever so ähm du ja genau du läufst ich habe sehr wenige Winde der Magie das ist ein Problem mit Skaten du hast nicht so viel Winds of Magic ähm mit dem Lizardman wirst du da zugeschissen hier jetzt leider gar nicht aber whatever ist halt so so und ich würde mal sagen ich mache jetzt hier hier so eine schöne Seuche rein einfach mal richtig schöne Seuche so und ja die macht jetzt hier so ein bisschen Schaden ne so und jetzt bewegen die sich ja so und das können wir jetzt ab und zu mal ausprobieren ok ähm ich habe mehr Reichweite aber ich will natürlich noch mehr Reichweite wo steht mein Technikus da so und die Katapulte schießen jetzt auf die Katapulte so bumm machen alles kaputt richtig schön alle Katapulte vom Gegner zerstören so alle Katapulte wegböllern genau ja nice so bis sie keinen Bock mehr haben genau Clanraten auch noch wunderbar so dann kriegen sie ein bisschen ein Free Freebie wir dürfen uns angreifen wenn sie lustig sind so ja da wird jetzt dann einfach rum gebellert wisst ihr so gut der Seuchenhansel er kann das ganze nochmal probieren hat ja gerade eben gut funktioniert hat ein bisschen Schaden gemacht ne dann schicken wir mal ein paar Leute rein so einfach um so ein bisschen ranzulocken und dann macht's Boom Seuche BAMS Wunderschön Wunderschön ja wer macht hier hier schönen Schaden ne Katapulte drehen ein bisschen alles feuert einmal so wunderschön so so mag ich das wär nice wär nice wenn die solche Katapulte nicht so rumlaufen würden weil irgendwann seid ihr zu nahe die sind auch ungeil die könnten wir versuchen hier zu feuern wenn sie wollen würden aber möchten sie nicht ok stellt's euch dahin die Chazales können gerade auch nix machen ja da kommt klar ein Racken raus jetzt wird's spannend fangen die Chazales an zu feuern ja nur Plänklern braucht's ja nicht so machen da jetzt natürlich schönen Schaden aber mir ist das ein bisschen zu riskant dass ihr hier auf die Katapulte geht das muss ich natürlich verhindern alles klar so die Katapulte denken sich auch wir verteidigen uns selbst das ist mir jetzt nicht so recht aber whatever ist ja egal so Katapulte warum wollt ihr da immer laufen? ihr müsst da nicht laufen das ist unnötig hier das hat schon 5 Schaden genommen das ist nicht gut das ist nicht gut so der könnte nochmal solche casten macht er jetzt auch? mir ist egal so ja ihre lieben Katapulte ihr dürft auf irgendwas schießen ihr habt den Freifahrtschein zu feuern feuert dann machen wir's halt manuell ist jetzt auch nicht so schlimm so dann feuert ihr mal manuell da drauf kann man ja alles machen und ihr feuert auch mal manuell da drauf einfach nur feuern Leute Leute einfach nur einfach nur feuern genau so dann feuert ihr da drauf wunderbar so dann feuert ihr da drauf einfach einfach schön ja genau schaut's mal es schaut doch wunderschön aus ne? genau dann könnt ihr da noch drauf feuern schön schönen Charme machen die könnten vielleicht das Tor angreifen wenn sie lustig genug sind obwohl sie schon wieder laufen das gefällt mir jetzt nicht so gut jetzt mal in Position hier so die können da noch angreifen genau wunderbar na? wollt's ja nicht? da angreifen genau mhm mhm so wunderschön so wunderschön so die Kanonen töten sich mal wieder selbst kennt man ja ist nichts neues so so da könnt ihr noch angreifen vielleicht wenn ihr den mögt ja macht schon gut Schaden ne? wenn sie mal was treffen genau so so oben können sie dann noch Damage böllern schön auf die Sturmratten drauf die sollten auch gut kassieren gut soo schön feuern Gisels haben bald keine Munition mehr aber das ist okay brauchen sie ja auch nicht ne? ist ja alles additional hier ok gut gut ich würde dann so langsam mal sagen dass alle diese Leute anfangen können die Mauern zu stürmen genauso wie die soweit es geht alle mal hoch da soo soo dann versuchen wir mal die Wehrstadt gleich einzunehmen dürfte nicht zu schwer sein genau soo da hat es hier noch irgendwas soo guckts mal ah die Gossenläufer die kann man natürlich auch angreifen ist ja klar soo die Gossenläufer hier angreifen ja ja da kommen auch die Rattenogre dazu ist alles kein Problem wunderschön soo Gisels können in Position gehen da sind ganz viele Kanonen gestorben ich weiß nicht warum aber es ist so naja wie es halt immer so passiert soo soo dann stürmen wir jetzt den Mauern und gut ist wunderschön soo boosten was zu bösen ist hier nimmt irgendwas ganz bösen Schaden aha aha ja ganz ohne Verluste nimmt man sowas halt auch nicht ein aber das wird schon alles wieder das wird schon soo wir greifen da an hier jetzt ein Fest-Heat-Zauberer wir greifen uns auch mal an kommen auf einmal tausend Ratten raus oh nein Einheit verliert gegen Clanratten hm finde ich interessant sehr interessant auch sehr interessant dass die sich nicht verteilen na könnte das Tor bald mir derzeit soo jetzt können die da alle rein alle können sie jetzt da rein wunderschön schau ist das nicht toll ist das nicht toll soo und mehr Rappen ja sehr interessant ist schon sehr interessant hier alles ne soo genau genau ah ja ihr könnt ja auch mal irgendwo hingehen und irgendwas machen der auf der auf der auf zwergentöter ach das ist green ok soo hat's dann ein paar Bösewichte passt aber soweit ja soo hat's dann ein paar Bösewichte ja soweit passt das eigentlich ne sieht gut aus ist halt noch nicht gewonnen irgendwie die Feinde sind weißraten sie wollen da nicht wirklich so aufgeben kommt vielleicht aber noch soo so so der hat schon mal keinen bock mehr ist dir alles egal so genau Ja, die Seuchenmönche machen da ihren Krams. Der kann da mal so ein Zauber machen. Die Sturmratten hat es hier noch. Ah ja, aha. Ich wünschte, ich könnte noch schneller stellen. Geht gerade aber nicht. Der hat hier irgendwie Probleme. Jetzt kommt die Ahnung, dass kommt die Welt. Okay. Ja, nicht clean, aber geht schon. Gewonnen ist gewonnen. Ist halt ein Rattenkrieg. Ratte gegen Ratte. Was will man da machen? Aber ich habe nicht so viel verloren. Es geht. Ist okay. Ja, da hingegen schon sehr viel. Richtig schön verloren. So, OBS? Willen wir irgendwas sagen? Nee, passt. Okay, gut. Gut, gut. Okay. Ja, handeln würde ich auch sehr gerne mit Leuten. Geht aber gerade nicht. So. Ich glaube, da habe ich einfach gesagt, nur ausrauben und gut ist. Keine Ahnung, was mein Plan hier war. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm. So. Genau. Ich glaube, ich wollte hier einfach nur plündernd durch das ganze Land ziehen. Genau. Der ist ein bisschen low. Aber das macht gerade nichts. Ihr wollt ja hier die Zwerge weghauen. So. Hier wird auch weiter geplündert. Und der hat viele Clanraten. So. Und der bekommt irgendwas. Ist voll egal. Okay. Dann geht es weiter hier. Aha. Noch mehr. Pünktchen. Potent ist gut. Du sollst töten, wenn du deine Chance bekommst. Dem könnte man noch das... Ja, den Warpsturm. Genau. Ja. Das ist nicht schlecht. So. Wo geht es weiter? Ah. Schaut mal. Der ist fast dabei. Das zu bekommen. Das fand ich krass, dass ich hier das mit dem Plündern geschafft habe. Aber hier plündere ich auch einfach weiter. Na. Die Stadt hier ist gerade nicht viel wert. Das passt schon. Das hole ich mir irgendwann. Das nehme ich irgendwann ein. Jupp jupp. Ähm. Ansonsten. Ich habe jetzt Geld gemacht. Und mit dem Geld würde ich gerne meine Untergrundstädte ausbauen. Zum Beispiel das da. Hier wäre ein Tunnel noch nicht schlecht. Genau. Also Stück für Stück. Ich habe mal durchgerechnet so im Kopf. Ähm. Für jede Armee die ich ausbaue. Oder baue. Weil, ähm. Was haben wir hier noch? Genau. Schaut mal. So eine Armee. Gut, das ist jetzt die Superqueak Armee. Ja. Aber für so eine Armee hier brauche ich 5 Untergrundstädte, wo dieses Minengebäude auf Stufe 3 ausgebaut ist. Ah. Also das Gebäude hier. Äh. Das hier. Davon brauche ich 5 Stück. Das heißt, ich brauche 5 Untergrundstädte, die richtig gut ausgebaut sind. Und das ist nicht so easy. Das ist schon viel, was ich da brauche, damit das funktioniert. Und ja. Knifflig. Sehr, sehr knifflig. Warte mal, Skrotz hat. Loyalität, obwohl er ein legendärer Lord ist. Macht ja gar keinen Sinn. Tratsch hat keine Loyalitätsprobleme. Ah ja. Gut. Hier haben wir jetzt alles gemacht. War, Shry, Cry, Shry, brauchen wir grad nicht. Ich glaube, da habe ich noch. Äh. Reposition. Ja gut, Reposition könnten wir mal wieder machen. Einfach damit wir da sicher auf der sicheren Seite sind, wisst ihr? Ja. Genau. Genau, genau. Ja. Ja, Geld schaut schlecht aus. Aber wird schon noch. Wir plündern hier. Wir plündern hier so ein bisschen. Und wir plündern da so ein bisschen. Es gibt halt grad wenig Kohle, das Plündern. Der Armeeunterhalt ist teuer. Und Steuern und Dings schaffen das grad ebenso durch auszuhalten. Äh. Puh. Ja. Schwierig. Sehr schwierig. Und das, obwohl ich Nahrung voll habe. Das heißt, alles kostet nochmal 5% weniger. Legendär ist teuer. Es ist sackteuer alles. Aber so ist es nun einmal. So. Clan Skryer ist ziemlich am Popo. Die Piraten sind auch sehr schwach unterwegs. Weil ich bin jetzt keine Weltmacht. Na? Also verglichen mit Rhaikland oder Karasakarak bin ich einfach keine Weltmacht aktuell. Ich bin ne nervige Gefahr. Vor allem, dass ich das hier. Da bin ich so stolz auf mich, dass ich das gewonnen habe. Nicht Angriffspakt. Ja, nein. Nein. Nicht für das bisschen Geld. Ähm. Das war so krass, dass ich das gewonnen habe. So. Wir haben jemanden abgefangen mit Quiks. Super. Ja, komm. Neun Stück. Acht Stück reicht schon. Ähm. Ja, der ist tot. Ja. Na, Geld ist schon geil. Nehmen wir mal das Geld. Oh. Was ist das? Nochmal ein Abfang. Aha. Ja. Okay. Ähm. Brüter. Das ist gut. Ah. Ich dachte, das wäre der mit Nahrung. Mit Essen. Na. Na. Apropos Essen. Heute werde ich mir wahrscheinlich Egg-Fry-Rice machen. Ich muss nur gucken, ob ich heute beide Tomaten reinballere. Weil. Ähm. Oh. Ja, die ist gut. Aber Skrots. Ne. Ich meine, der könnte das brauchen. Aber, ne. Ähm. Was wollen wir noch machen? Unterstadt fertig. So. Die müssen wir ausbauen. Wir brauchen Tunnel. Wir brauchen Erweiterung. Wir brauchen das. Und wir brauchen das. Obwohl sich hier tatsächlich lohnen könnte, das zu bauen. Na, weil 15. Wenn ich damit hochgehe. Die Flasche kommt mal weg. Wo ist mein Taschenrechner? 2000 mal 0,15 sind 300. Und bei 30 Prozent wären es schon 600. Das heißt, das Gebäude lohnt sich hier mehr. Aktuell. Was sehr gut ist. Laut meiner Rechnung zumindest. So. Öl-Grenzgrafen. Ötland-Grenzgrafen. Okay. Das heißt, hier haben wir gebaut. Ähm. Wir hatten da unten noch ein Land, das komplett unbebaut war. Genau. Oder halt wenig bebaut. Da würde ich jetzt mal sowas hinbauen. Moment. Katar. Kasabaya. Ja gut, in Katar brauche ich gerade nichts. Wasser des Lebens. Schaut mal in Antoch. Da kann man auch richtig gut was bauen. Genau. Das ist wichtig. Äh. Und dann gehen wir weiter. Ähm. 1000. 2000. Ja. Dann können wir mal da runter gehen. So. Genau. Der hat da nix. So. Hier wird geplündet. Sehr schön. Ich könnte sogar bis dorthin kommen. Ja. Ist gar nicht so schlecht. Dann machen wir das doch mal. Rauben das gleich aus. Brauche ich nicht spielen, weil das ist free. Ausgeraubt. Und? Kann ich wieder in Plünderstellung? Nein. Schade. Na gut. Dann läuft es jetzt einfach zu. Äh. Dann bleibst du da schnell. Okay. So. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Der kann jetzt hier hin und das Warlock-Techniker-Versteck bauen. Damit ich vielleicht endlich mal hier... gut. Dann nächste Runde. Irgendwas geht da nicht. Okay. Der braucht noch. Der baut noch. Der braucht noch. Okay. Das ist wieder 3000. Aber ich bleib hier jetzt erstmal plündernd stehen. Ich würde mich nur ein bisschen weiter dahin zurückziehen. Für den Fall der Fälle. Genau. Scrotz braucht noch. Zeit. Geld. Alles. Alles. Dann gehen wir mal weiter. Wir sind brav, Mighty. Und das ist nicht superior. Hier gehen wir schön weiter. Genau. Ja. Bitterspitze kann ich direkt ausrauben. Schaut's mal. Das heißt, ich gehe nach Bitterspitze. Nach Karak Azul will ich auch. So. Ähm. Das ist eigentlich ziemlich free, würde ich mal behaupten. Jupp. So. Ausgeraubt. Wie das DAF eingenommen. Plündern darf ich wieder nicht? Okay. Und ihr seht schon, wie schlecht das ist, wenn ich nicht mehr plündern darf. Wenn ich diese 10% unterhalte. Minus... 7000 kostet der Bums jetzt hier. 7000. Da ist die Nahrung mein kleinstes Problem. Mhm. Das ist schon alles sehr teuer hier. Aber so ist es nun mal. Okay. Auch das 7000. Sehr teuer alles. Wenn man nicht ständig plündert. So. Ähm. Hier mache ich Geld. Das passt. Hier könnte ich tatsächlich mehr Geld machen. Ich könnte aber auch hier noch irgendein Gebäude bauen. Nee. Okay. Weiß ich noch nicht. Äh. Hier mache ich noch Nahrung. Da könnte ich jetzt langsam mal anfangen Geld zu machen. Hier mache ich schon Geld. Okay. Ähm. Ja. Die Mauer noch Stufe 3. Der Fluchtdschungel. Der wäre noch wichtig. Schauts mal. Hier müsste ich auch mal Geld machen. Aha. Aha. Bauen wir mal sowas hier. Es ist halt so sackteuer. Es ist halt so sackteuer. Ich müsste mal wieder was einnehmen was 20-30.000 wert ist. Geht gerade aber nicht. Hier werden Tunnel gebaut. Das ist ganz wichtig. Hoffentlich werden die schnell fertig. Gut. Der Rest. Ja. Muss ich warten. Ich könnte noch äh. Was ich gleich mache. Meine Armeen durchgehen mit Items. Lass mich da mal gucken. Aber die haben alles. Ja. Passt. Wachstum. Forschungsrate. Okay. Wichtig. Brüter. Helden. Forschungsrate. Okay. Der kriegt eine bessere Klinge. Wachstum. Forschungsrate. Aha. Wachstum. Forschungsrate. Schaut mal. Wie viel Forschungsrate ich hier kriege. Ah ja. Der Meutenbändiger hier hat noch gar nichts. Forschungsrate. Belagerungsteil. Stärketrank. Rüstung. Mehr Damage. Das klingt gut. Stärketrank. Forschungsrate. Belagerungsteil. Nochenmeutetyp. Holy moly. Federrupfanhänger. Auch sehr mächtig. Widerstandskrank. Forschungsrate. Holy crap. So viel Forschungsrate. Alter. Wie viel Forschungsrate möchten Sie? Ja. Alter. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Oh nein. Krass. Jetzt. Okay. Das ist ein Kriegsherr. Das ist nicht schlecht, die Scherbe. Den Gegner Staffektionizer. Das ist noch ein Häuptling. Okay. Moment. Noch mehr Forschungsrate. Gut. Okay. Lass uns mal dabei. Sind wir fertig. Gut. Eine Menge Forschungsrate. Ich glaube, ich habe jetzt 8. 8 mal plus 8 Prozent Forschungsrate geböllert. Das knallt natürlich. So. Und ich brauche einfach Geld, 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 Geld. Aktuell brauche ich so viel mehr Geld. Und ich baue schon immer so viel Geld, aber es reicht nicht. Es macht nichts. Es macht kaum Unterschied, ob ich Geld baue oder nicht. Oh, in Nararon könnte ich mich noch ausbauen. Aber hier ist das Ulthuan. Das müsste Ulthuan sein. Da möchte ich natürlich auch noch gut dran stehen. Ne? So. Ja, mit der Creme geht es noch. Ich hoffe nur, es wird nicht schlimmer, dass ich nicht wieder Cortison muss. Noch habe ich eine Creme. Ich muss das mal beobachten jetzt eine Woche lang. Ne? Eine Woche beobachten. Mal gucken. Weil irgendwas ist da. Mein Körper, der sich denkt schon wieder hier, der muss böllern. Dabei habe ich gerade eigentlich nicht so wirklich Stress. Das ist so. Vielleicht doch irgendeine seltsame Form von Allergie. Was halt seltsam ist, weil es war vier Jahre lang Ruhe auch. Und auf einmal fängt es wieder an. Und welche Allergie soll das sein, wenn man nichts geändert hat in den vier Jahren? So. Was ist das? Das ist ein Free Van. Okay, da habe ich jetzt irgendwas gedrückt. Egal. Clan Vulcan. Ich würde ja mit ihm Frieden machen, aber nur, wenn er auch handeln will. Und solange er das nicht möchte, gibt es keinen Frieden. So. Das sind so Waldelfen, oder? Glaube ich. Monument von Itzertal. Das klingt doch schön. Dann können wir doch hier gleich Nahrung, Geld, Tunnel. Gut, dann kein Tunnel, dann kommt der Tunnel später. So. Nagarond wollte ich noch gucken. Ja, tut sich wenig. Da müsste ich auch mal einen Tunnel bauen. Aber na gut. Okay. So, in Ulthorn können wir noch hin. Vielleicht jetzt endlich. Nice. Das braucht man nicht mehr. Das kann weg. Gut. Dann. Hm. Das hier ist eng. Wegen der Nahrung und alles, aber naja. So. Du willst Frieden, aber nur wenn wir auch handeln. Ansonsten nicht. Dann nicht. Dann nicht. Ich bin Malus. Tyranton. Tyranton. Okay. Dann nicht. Idiot. Was ein Bummskopf. Na gut. Ich hätte schon gern mit ihm gehandelt. Das Geld hätte ich gut brauchen können. Aber egal. So. Hier haben wir schon geplündert. Neunhundert. Wo liegt noch Geld? Neunhundert. Fünfhundert. Tausend. Ja. Dreitausend. Okay. Tausend. Sudenburg ist viel wert. Ne. Neuntausend. Sechzehntausend. Siebzehntausend. Dann würde ich jetzt mal hier hingehen. Weil das kann ich alles bezwingen. Uschabti Großbring. Uschabti Großbring. Ah. Tic-Tac-Toe ist da. Soll ich dich so nennen? Vielleicht tue ich das. Vielleicht aber auch nicht. Was? So. So. Tic-Tac-Toe. Du wirst zerstört. So. Das gibt Geld. Geld ist gut. Ähm. Kannst du irgendwo hin wo du nicht... Nein. Okay. Ja. Dann gehst du halt noch dahin. Ist halt jetzt so. Okay. Gut. Dann haben wir das schon mal. Der... Uh. Da kommt wieder was. Schaut's mal an. Der hat sich schon wieder eine Armee zusammengebaut. Mhm. Ähm. Ja. Dann würde ich mal sagen... Wir gehen irgendwo hin wo wir gut versteckt sind. Du gehst in Plünderlagerstellung. Plünderstellung. Du versteckst dich. Ist immer noch gut. Schönes Verstecken. So. Der versteckt sich. Der ist halt ein bisschen low. Aber mal gucken. So. Okay. Der Mutant. Ja. Ich würde dem gerne Armee geben. Aber ich bin immer noch der Meinung, ich sollte mich erst darum kümmern, Stuff zu bauen. Wisst ihr? Warte mal. Wie viel ist denn das wert? 4.000? Holy moly. Dann lohnt sich das hier weit mehr. Muss man ganz ehrlich sagen. So. Tunnel noch hin bauen. Ja. Ist wichtig. Hier müsste ich auch mal Tunnel bauen. Aber das sind gerade nur Gebäude und keine Dings. Deswegen passt das. Too weak to betray. Gut. Genau. Ihr Leutchen. An Blitterspitze komme ich so gerade nicht vorbei. So. Das heißt wir gehen hier hin. Machen das kaputt, damit wir da durchkommen. So. So. Der kann blindern. Und quikern. Ich kann nicht sagen, quikern. So. Genau. Und der stellt sich hier auf. In diese Stellung. Das ist nicht so gefährlich. Das ist halt auch nicht so. Ich mein, es ist halt krass, dass er alle Stufe 9 hat. Na. Das ist schon sehr mächtig. Aber. Ja mal gucken. Mal gucken. Mal schauen. Genau. Wird sehr spannend. Zur Not ist halt wieder alles zerstört. Und ich hab Pech gehabt. Na. Wenn ich dumme Entscheidungen treffe, dann muss ich damit leben. So. Was hat dann noch? Waffenteams waren es immer. Waffenteams. Hier. Waffenteams. Weil das ist ein Waffenteam und das ist ein Waffenteam. Genau. So. Gut. Die sind fertig. Die sind fertig. Die sind fertig. Der braucht halt noch. Ich würde ihm gerne eine Armee geben. Dass ich sag, hey. Der kriegt jetzt hier irgendwie. Na. Aber. Brutschrecken. Und so weiter. Und so weiter. Okay. Also Brutschrecken und Mutantenrattenober sind gut. Und die Höllengrubenbrut auch. Ich weiß gar nicht, wie es in der Armee ausschauen soll. Also ein bisschen Böllerei braucht er. Ein bisschen. Na. Also ein, zwei so Grenadiere vielleicht. Und ein, zwei Katapulte oder so. Weiß ich noch nicht. Aber an und für sich. Würde ich ihm gerne so hier die geben. Einige davon. Sechs Stück auf jeden Fall. Und. Ja. Warpflammenwerfer sind auch nicht schlecht. Die sind schon. Flamemagic. Guter Damage. Schöner Splash. Aber dann auch eher so. Hier Ratten. Mutantenrattenoger. Und Brutschrecken. Wo da der Unterschied liegt. Letzter hier. Die haben Regeneration. Okay. Die sind schwächer. Die machen mehr Damage. Ne. Wir haben einen besseren Angelsbonus. Aber insgesamt. sind die weit schwächer. Ein bisschen bessere Rüstung haben sie. Was ist das da? Alpha. Regeneration. Ja. Hui. Ja. Wenn ich da mal richtig Geld kriege, würde ich da schon was machen. Na. Weil das klingt schon gut. Aber kostet halt Geld. Und das kostet halt richtig Geld. Die Armee wird auf 6000 hochgehen. Das kann ich mir grad nicht leisten. Weil wenn ich hier guck. So. So ein Brutschrecken Dingens kostet 375. So. Das heißt ich will sechs Stück davon haben. Dann sind wir bei vier mal sechs. Sagen wir mal vier. Zwölf. Zwei vier. 2400. Dann bin ich erst bei zehn. So. Und dann ist das ganze Geld hier schon wieder weg. Und das habe ich ja grad nur, weil ich plündere. Das ist vom Geld. Ich kann es mir grad nicht leisten. Ich muss auf 10.000 oder so kommen. Anders geht es grad nicht. Und dafür brauche ich halt richtig richtig Kohle. Ist aktuell einfach so. 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 Gut. Ich bin sehr gespannt was Karas a Karak jetzt machen wird. Weil. Das wird jetzt heftig. Das wird jetzt richtig richtig heftig. Wir haben zwei potenziell gefährliche Schlachten. Die Zwerge sind tough. Kann man sagen was man will. Die Zwerge sind tough. Ich hoffe das Creek nicht verkackt. Es wäre sehr schade. Aber mal gucken. So. Jetzt. Ja Reikland. Egal. Jetzt. Hinterhalt verhindert. Hinterhalt verhindert. Das ist schlecht für mich. Das ist ganz 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 schlecht für mich. Seht ihr das? So. Jetzt wird angegriffen. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es sehr spannend. Okay. Ich könnte große Armee machen. Könnte ich. Ne? Ich glaube nur nicht dass das klug ist. Ich muss auch mal hinten zu machen. Ich sehe sonst nichts. Blödes. 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 Gejucke. So. Jetzt ist die Frage. Ich kann mich nicht zurückziehen. Geht nicht. Also. Mit was wäre ich konfrontiert? Weil. Das Ding ist. Wenn ich die erste Armee erstmal besiegt habe. Ist der Rest easy. So. Er hat einen Helden. Er hat zwei Gyro Bomber. Und drei. So. Schleuder Kanonen. Schlag mich tut. So. Ansonsten hat er eine Menge. Sehr langsamer. Heftiger. Viecher. Hier. Blumen. Geschossen. Flammenwerfer. Na. Und anschließend. Aber das trickelt nur so Stück für Stück rein. Ich würde sagen. Große Armeen steuern. Nein. Das ist schlecht für mich. Ich möchte die maximale Anzahl an Untergrund-Typsis haben. So. Jetzt schauen wir noch hier rein. Ja. Ich kann mich hier zum Beispiel aufstellen. Da stehe ich ganz gut glaube ich. Der Berg ist zwar im Weg. Vielleicht auch hier. Ich weiß es noch nicht. Oder hier. Ich muss mich halt so aufstellen, wo seine Schleudern mich nicht treffen können. So. Okay. Weil klar, wenn ich große Armeen mache, habe ich noch die ganzen Kanonen und das hier dazu. Aber er kriegt halt auch all das hier. Und das ist zu viel, als dass ich da eine Front mit aufbauen könnte. Das heißt, ich mache jetzt das so. Zur Not. Ich stelle mich halt in die Ecke. Zur Not müsste es gehen, dass ich mich zurückziehe. Ich darf mich nur nicht komplett mit allem auf einmal zurückziehen. Sonst kommt die Army Loss Penalty und ich verliere. Müssen wir mal gucken. Also er hat viele Flammenwerfer Dingsis. Die Gyrobomber. Die müssen weg und das muss weg. Die mache ich mit den Ratten aus dem Untergrund raus. Der Rest wird mit Katapulten weggeböllert. Und ich glaube das geht schon. Sobald ich die erste Armee gecrushed habe, kommt die zweite Stück für Stück nach. So. Und das müsste dann gehen. Das müsste dann gehen. So. Der Berg wäre natürlich gut. Kann ich mir aber jetzt am Anfang nicht holen. Ich kann später auf den Berg gehen. Das werde ich auch hoffentlich machen. Weil wenn ich, schaut mal, wenn ich mich hier dann aufstelle mit meinen Rettling Kanonen. Rettling Kanonen. Na. Und der kommt dann von da hinten. Dann habe ich ein gutes Schussfeld. Nur jetzt am Anfang kann ich es nicht machen wegen seinen Kanonen. Am Anfang muss ich mich hier zurückziehen. Dass ich einfach hier stehe. So weit hinten wie es irgendwie möglich ist. Wisst ihr? So. Genau. So. Okay. Die kann ich ja schon mal hier hinstellen. Erstmal. Das geht. Ähm. Was ich auf jeden Fall möchte, ist ihn ein bisschen bedrängen. So ein bisschen. Ne? Wisst schon. So. Einfach ihn so ein bisschen aufhalten mit den Kanonen. Dass die Kanonen hier auf... Was ist das? Queek? Feuern? Auf... Genau. Die feuern auf Queek. Bleiben stehen. Der Rest rückt vor. Und den Rest kann ich töten. So. Jetzt ist nur die Frage, ziehe ich mich am Anfang noch ein bisschen weiter zurück. Ich würde sagen, ja. Na? Ich würde sagen, am Anfang gehe ich ein bisschen hier hin. Queek läuft so ein bisschen rum. Genau. Weil das hier... Die Grollschleuse sollen alle auf Queek schießen. So. Genau. Du hältst dich so ein bisschen auf. Genau. Trololololol. So. Im besten Fall... Ich muss noch ein bisschen warten. Weil die sind langsam. Seht ihr das? Die sind verdammt langsam. So. So, der wird gebombt. Genau. Ah, wo ist der da? Genau. Ihr schießt da drauf. Die gehen da drauf. Die gehen da drauf. Das ist schon mal sehr gut. So. Queek macht genau das, was er hier machen soll. Ähm... Ihr könntet eigentlich auf was anderes schießen. So. Den nächsten Gyro Bomber noch töten. So. Die einen Ratten haben Angst. Das ist doof. Das ist aber sehr doof. Das ist aber sehr doof. Ich muss hier wirklich aufpassen, Mann. Okay. Ja gut, die muss ich halt noch weg... Könnt ihr... Könnt ihr die weghauen? Und das wäre natürlich... Bombastisch gut. So. Das wäre richtig gut. Weil die anderen sind schon fast tot. Okay, ihr müsst jetzt da angreifen. Und ihr müsst nach vorn auch wenn's weh tut. Das geht grad nicht anders. So. Ähm... Da muss ich rein. Ja, ja, ja. Okay. Okay, also ich muss hier drauf. Das geht grad gar nicht anders. Ist doof. Lässt sich jetzt aber so grad schlecht verhindern. Planstein noch drüber ballern. Bitte die Gräuelschleudern töten. So. Die Redlings schießen. Das ist sehr gut. Krieg geht da mal mit nach vorne. Der auch. So. Die Warblitzkanonen schießen nicht länger. Das ist bedauerlich. Dann zieht's euch mal ein bisschen zurück. Ja, ich krieg seine... Duft immer nicht weg. Dabei wär das verdammt wichtig. Okay. Das haben wir zerstört. So. So. Ihr greift da an. Aktuell läuft's noch ganz gut, würde ich behaupten. So. Okay. Damit sind die Grolldinger alle tot. Und zerstört. Und zerstört. Sehr schön. So. Genau. Das Ärgentöter. Gut. Okay. 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 Ihr könnt euch mal so aufstellen. Da wird grad genug kaputt gemacht. Eisendrachten. Ja, ja, ja. Okay. So. Den könnt's ja noch töten. Nein. Okay. So. Im Augenblick sieht's so aus, als würde ich das schaffen. Ich bin leider noch nicht so weit, dass ich auf den Berg kann. Aber, na gut. So. Genau. So. Die sind ziemlich low. Die würde ich jetzt mal zurückziehen. Genau wie du hier. So. Genau. Okay. So. Das sieht ja erstmal gar nicht schlecht aus. Also, die werden... Die hauen ab. Die retreaten. So. Die machen hier schönen Schaden. Ich geh jetzt mal da so hin. Da können wir von hinten angreifen und von vorne. Die greifen da an. Hier greift's da an. Hier greift's da an. So. Das sind alles nur herbeigerufene Ratten. Deswegen passt das. Leider bin ich noch immer nicht auf den Berg gekommen. Ist aber in Ordnung. Ich würd mich mal hier so aufstellen. Okay. Passt bisher, ne? So. Die beiden sind weg. Die wollen grad nicht schießen. Und ihr stellt's euch nochmal neu auf. Nee. Lieber da angreifen. Das wartet noch. Okay. Okay. Ah ja. Sehr schön. Okay. Könnt ihr... Wo ist denn dieser eine Solo-Held? Da hinten. Könnt ihr auf den da angreifen? Die müssen laufen. Nee. Das ist nicht so geil. Der Rest schießt aber. Das ist schon mal gut. So. Im Augenblick passt's noch, würd ich sagen. Okay. So. Wir gehen da drauf. Ihr könnt da auch drauf schießen. So. Wo ist jetzt der fiesene... Den da. Alle schießen. Okay. Ihr könnt da angreifen. Irgendwas haut ab. Okay. Aber das ist ja egal. Die Ratten sind ja egal. So. Den Grimprall töten. So. Gut. Den da könntest du noch angreifen. So. Hier geht's wieder zurück. In Deckung. Der muss auch sterben. So. Mhm. So. Hier holen wir uns noch Leute dazu. Irgendwas ist gestorben. Mein Priester ist tot. Bedauerlich. Der wär wichtig gewesen. Der ist jetzt irgendwie tot oder weg oder ich weiß nicht was. Die können auch mal nach Hause. Die Quique ist schon ziemlich low. Muss ich aufpassen. Okay. So. Ihr seid fertig. Ihr könnt... Ihr könnt... Ihr könnt nach Hause. So. Gut. Da hinten hat der Groll schleudern. Au. Das ist gefährlich. Okay. Die sollte man sich kümmern. Gut. Eisenbrecher. So. Hier kommt jetzt DAF dazu. Das sind Clamors. Irgendwas Leute. Die können da einfach drauf und shoot das. Der geht da auch mal hin. So. Und Groll schleudern. Die müssen alle nicht weg. Na. Das ist wichtig. Und die muss ich mich dringend kümmern. Genau. So. Ich würde Quique langsam auch mal nach Hause schicken. So. Die Frage ist. Könnt ihr da jetzt hinschießen? Auf die Viecher? Ja. Schön. 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 So schön. Ihr könnt nach Hause gehen. Ihr seid fertig. So. Okay. Man muss halt wirklich ein bisschen klug machen. So. Der kommt noch ein bisschen. Der auch. Ja, die muss ich mir aufheben, die letzten beiden. Das ist jetzt schon sehr wichtig. Ihr solltet eigentlich nicht laufen. Aber der lauft ein bisschen zu viel. Okay. Ne. Zieht euch mal zurück. Dann. Dann. Zieht euch zurück. Wenn ihr da nur laufen wollt. Das finde ich jetzt nicht so nett. Ne. Das finde ich nicht so geil. So. Du kannst nach Hause. Okay. Ah. Jetzt wird es langsam ein bisschen eng hier. So. Ihr müsst weg. Ihr müsst weg. Ihr müsst weg. Ihr müsst da anhauen. Die können noch ein bisschen drauf. So. Ich habe es leider immer noch nicht auf den Berg geschafft. Was echt bedauerlich ist. So. Ihr könnt auch gehen. So. Du kannst auch gehen. So. Und jetzt kommt dann die zweite Armee. Okay. Du kannst auch gehen. Genau. Das Katapult. Oder. Kanone. Die steht noch. So. Schön, dass hier wenigstens ein bisschen geböllert wird. Ist wichtig. Ist wichtig. So. Könntet ihr. Können sie nicht. Na gut. Ich bin nicht. So. Hat der jetzt hier schon irgendwo wieder. Da hat er immer noch Grollschleudern. Die müssen weg man. Die müssen wirklich weg. so genau, dann kannst du jetzt drauf gehen der muss sich zurückziehen der ist, ja, genau wäre nett, wenn ihr die töten würdet sehr schön so du kannst abhauen du kannst abhauen die bleiben noch, ok ja, der kann mal bleiben, der ist vielleicht noch nützlich so, die Chisails irgendwo hinstellen ok, ähm, ich würde mal sagen Aufstellung ok gut, da hinten kommen das sind keine Grollschleudern und nichts ok ok ähm, die können weg was ist das? nicht die Kanone ja, die bleibt drauf ok ok ich muss auch feuern bitte der kann nur noch feuern nur noch feuern der kann da noch drauf zaubern was eigentlich ziemlich gut sein sollte, wenn die sich nicht mehr bewegen können weil sie dann echten Damage nehmen sollten weil sie dann echten Damage nehmen sollten du haust ab der kann nochmal drauf soo die Dingschredder die müssten doch jetzt hier richtig was machen können wo sind sie denn? das ist so ein ok da oben zum Beispiel da wo die gut waren soo sollten sie auch machen soo den hebe ich mir halt wirklich auch der ist, der ist wichtig ich muss mir den helfen ok ähm da oben so die Dingschredder machen die jetzt was? Doom Heels nicht so wirklich, ne? die Dingschredder genau so Doom Heels macht's mir was hier ok hier geht's da runter can cost damage to self brauche ich grad nie ok sieht hier noch ganz machbar aus ich bin sehr gespannt wie das am Ende ausschaut ich werd mich auf jeden Fall zurückziehen müssen ja da kommt doch noch ein Gyrocopter kommt noch Grollschleudern, Orgelkanonen soo da können wir jetzt das Ding reinballern so und die Chisails werden jetzt auf den Gyrocopter angreifen hier sind meine ganzen soo Redling Guns genau eine Redling Gun ist tot wir müssen das eigentlich abhauen hier ist schon sehr laut der kann angreifen gehen so ahja jetzt haben sie hier Army Lost Penalty na super jetzt haben die Slayer krimsel noch weg aha ok ja super ok schaffen sie was schaffen sie was lief so was als würden sie die Slayer schaffen oder soo ok der steht noch da ja der macht das aber hier nimmt er aber sehr viel Schaden ok wow das war anstrengend aber auch sehr cool gemacht ähm ich bin gespannt was alles gestorben ist ja ich glaub mein Priester ist mir gestorben ja schade das heißt ich darf mich jetzt wieder zurückziehen nach Hause weil meine Armee nicht mehr voller Stärke ist na gut spannend aber ich krieg Geld ich müsste ordentlich Geld dafür bekommen dass ich diesen Kampf gewonnen habe die Helden genau der ist verwundet worden der Rest sieht aber gut aus theoretisch könnte ich wahrscheinlich auch ohne weitermachen das Geld egal wir nehmen jetzt erstmal das Geld und ja dann müssen wir uns zurückziehen ich könnte natürlich zur Einörde von Nagash vielleicht geh ich auch hier hin mal schauen er rennt rein und irgendwie wie Blitz schlagt er den da ähm vom Hinterhalt nichts gesehen ziemlich mal zurück ich bin sehr gespannt er dürfte er jetzt nicht vorbei können dürfte er nicht dürfen kann er auch nicht gut jetzt greift er hier an sehr schön okay das müsste ich hinkriegen weil er hat sehr viele Kanonen die ihm sehr wenig bringen wenn er sie nicht einsetzen kann das muss ich halt gucken dass ich das hinbekomme und ansonsten ich habe Waffenteams er hat halt zwei Helden drei Stück das ist sehr gefährlich aber gut schauen wir mal müsste trotzdem machbar sein es müsste machbar sein schauen wir mal ob ich das hinbekommen weil er hat er hat viele Kanonen hier und auch hier viele ich glaube ich sollte zuerst die da angreifen die die ang auf den Berg hier zu kommen wäre natürlich gigantisch gut ist aber glaube ich keine Option wo wo stellen wir uns dann auf hm hm ja hier ist nicht gut naja das sieht nicht so toll aus nee das ist mir zu nah dann doch vielleicht eher hier ich glaube hier ist besser okay das heißt die Katapulte ganz unproblematisch hier hin die Kanonen die Kanonen vielleicht wirklich so vielleicht wirklich so ich glaube das müsste schon ganz gut sein und dann die Waffenteams irgendwie hier so dazwischen irgendwie hier so dazwischen eher hier so okay okay gut ähm der steht der geht auf die Katapulte zählt das nur für Waffenteams? ne zählt für alles ja ne dann machen wir das so der Seuchenpriester ist relativ schnell der ist schnell der ist schnell der ist schnell der ist schnell und der ist relativ schnell okay ich versuch's mit den beiden der ist halt weit schneller machen wir das so okay ähm ja so machen wir das jetzt so er hat da drüben Orgelkanonen und Speerschleudern okay äh stopp 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 auf was könnt ihr feuern so bitte nicht laufen ja okay die müssen laufen der wird angegriffen der wird auch angegriffen oh 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 oder mal ab okay ich versuch's einfach mal einfach mal versuchen so Schaden drücken ja das macht schon krassen Damage boah dass der da auf die Kanonen schießt ungeil aber so ist es nun mal boah können die Kanonen da ja ne bringt grad herzlich wenig okay aber ist okay es ist es wie es ist es ist wie es ist so ist es leider boah der macht die Kanonen richtig krass kaputt man heftig na gut boah der hat ja immer noch hier ganz viel Grollschleud dass der so weit schießen kann ist echt bitter aber okay dann versuchen wir es hier noch ich weiß nicht ob das gehört gut oder schlecht ausschaut aber eher potenziell schlecht ihr lauft mal ein bisschen Kanonen töten so wie wärs wenn ihr wieder angreift auch interessant dass die Katapulti so wenig Schaden auf die Eisenbrecher machen na gut na gut ja die leben immer noch die Kanonen das ist halt schon nicht so geil gerade so die Kanonen wurden alle zerstört ready ready okay haaa schwierig sehr schwierig boah das tut halt schon sehr weh ready ready so mal sehen ob wir das töten können sieht halt einfach nicht so aus dass der so viel Reichweite hat gefällt mir grad gar nicht dass der so viel Reichweite hat gefällt mir grad gar nicht ist halt die Frage kriege ich die Kanonen weg die kann nur noch als Kanonenfutter dienen da hat er noch Kanonen und da hat er noch Kanonen ist das oh man ok tough very tough wo ist denn mein wir können jetzt weiter schießen bringt aber das halt nicht viel ok die Kanonen laufen die sind alleine da kann man rein das ist gut so war sehr gut so jetzt bitte den da töten und die Katapulte greifen da an so nimmt jetzt irgendwelchen Schaden bisschen gut die Kanonen sterben das ist gut dann können wir da noch angreifen jetzt stopp 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 gut läufts da an die haben das geschafft Wir bauen die jetzt erstmal ab. Möchtet ihr den da greifen? Die würde ich mal auf Position 7, die ist nämlich vollkommen egal. So, wo hat es denn jetzt noch Kanonen, die schießen? Die haben keine Munition mehr, das ist gut. Okay, passt. Wollt ihr aufhören zu laufen? Es ist so dumm, wenn ihr lauft. Das bringt niemandem irgendwas. Könnt ihr da jetzt bitte angreifen. Geht's mal da hoch, um anfangen zu schießen. So, er hat noch Kanonen, da hinten. Zusammen mit irgendeiner Achsinfantrie. Aber die Kanonen werde ich da kaum wegkriegen. Ich meine, ich kann es versuchen. Ist halt super unwahrscheinlich. Aber okay, wir versuchen es. So, möchtet ihr jetzt bitte auf den da schießen? Das wäre sehr schön. So, Makunenträger, Bartträger von der anderen Zwecke. So. Bisher passt's. Gut. Ähm. Die Waffenteams werden hier auf dem Werk natürlich extrem gut gestellt. Der hat ja immer noch so viel Stuff da oben. Okay. Oh boy. Das hört nicht auf. Und ich habe nur noch einen Cast übrig. Das ist natürlich schon sehr gut da. Gut. Gut. Aber der muss zählen. Ich habe keine einzige Kanone und nichts von ihm zerstören können. Gar nichts. Fass ja. Na gut. Vielleicht können wir jetzt was machen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So. Vielleicht kann ich mit dem Rattling Guns hier wirklich was machen und hier wirklich aggressiv reingehen. Wisst ihr? Weil die machen mir aktuell 0 Bonus. Könnte jetzt der dümmste Move ever sein oder halt auch ein ziemlich glüger Move. Das muss auch mal sein. Was hat's hier? Irgendwas unheimliches. Was hat's hier? So. Weil schaut mal. Die machen jetzt hier ordentlichen Damage. Seht ihr das? Was? Ja, wenn ihr da haut's, haut sie weg. Und wieder nerven. Macht's weg. So. Warlock Engineer. Warlock Engineer Serk spell. Fass dich. Hörbe dich mir. Okay. Warlock Jedi. So. So. Jaros. Okay. The land of A follows me. Warlock Jedi. Warlock Engineer. Warlock Engineer. 1, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Okay. No, noch schon. Eine sehr seltsame Schlacht, muss ich gestehen, aber egal. So, den bitte töten. So, da. Genau, ihr könnt jetzt hier ordentlich reinknallen. Solltet ihr zumindest können. Macht's mal. So, ich will hier richtig Schaden sehen. Ordentlichen Damage. Okay, macht da gar keinen Schaden. Dann zieht's euch mal hier zurück. Passt schon. Was ist das da? Ihr müsst mal abhauen. Oh ja. Ah, die sterben. Dann brauche ich neue Warglitz-Kanonen. Sehr schade, aber gut. Height and hurry. So, die können ein bisschen kiten. So. So. So muss das. Das ist doch mal Damage. Genau. So, bevor jetzt hier irgendein Schwachsinn passiert, geht's ja wieder auf den Berg. Können da ein bisschen flanken. Ich weiß nicht, ob ich mit solchen Priest dann mal so ein bisschen... ...Merry-go-around spielen soll. Das könnte man nämlich ganz gut machen. Wisst ihr? Was ist das hier? Ah ja. Aha. Okay. Hier wird noch ordentlich mit Fanon bemacht. Das tut natürlich schon böse. So. Genau. Ihr könnt da angreifen. Angreifen. Da drauf. Das passt. So. Hier wird's gefährlich. Genau. Oh ja. Ein bisschen weg. Okay. Okay. Äh. Jo. Ist noch nicht gewonnen. Okay. Okay. Du musst weg. Du musst weg. Okay. Äh. Es wäre sehr schön, wenn er nicht laufen würde die ganze Zeit. Warlock-Engineer! Da ist noch ein böse Wicht. Hier. Bleib erst, Baby. Wie bin ich jetzt? Okay. Ähm. Kannst du abhauen? Zu überleben. Zu überleben. Doof, wenn die Gessels jetzt hier so getumpst werden. Ist aber sehr doof. Ja. Die werden komplett zerstört. Was tut sich hier drüben? Stress. Okay. 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 Ja. Okay. Cheannels. Nehmt ihr noch? Macht ihr noch? Das könnt ihr nicht sein. Kannst du nicht sein? Ja, ja, ja! Okay. Ja, ja, ja! So... ... 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 AJ, das ist jetzt doof hier... ... ... ... ... Ja, 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 der macht mir nicht zu viel Warpflug, war einfach scheiße. Die selten Nachkommen sind einfach nicht gut. So, wo ist mein Priest da? Okay. Okay. Gut, die Chisels wollen grad nicht, die haben Angst, die sterben. Die Catapulte haben Stress, meine Waffenteams. Die werden halt leider alle noch verkommen. Schießt ihr? Wieso geht ihr in den Nahkampf? Das ist dumm. Einfach dumm. Ich darf keine Ratten mehr rufen. Das muss ich jetzt drin rufen. Lohnt sich solche noch? Ach, puh. Eher nicht so. Naja, der ist da eher durchgeswitcht. Ich glaub, das hab ich verloren. Damit ist diese ganze super Methode. Ich muss wieder alles neu aufbauen. Ist wieder alles teuer. Ist wieder alles schade. Gut. Gut, gut. Das Spiel wird nicht langweilig, Leute. Es wird nicht langweilig. Diese Armee ist besiegt worden. Zerstört worden. Komplett vernichtet. Lief nicht so. Ich hab die Kanonen nicht wegbekommen. Der hatte aber auch krass viel Reichweite auf seinen Kanonen. Das war... Ja, seine Kanonen haben sehr viel Schaden gemacht. Ich hab sie nicht wegbekommen. Bedauerlich. Sehr bedauerlich. Aber gut. So ist es halt. Passiert. Kann man nicht ändern. Ah, Mann. Ich werd wieder krass zurückgeschlagen. Ja, da ist alles tot. Alles kaputt. Müssen wir alles... Ich weiß nicht, wo der... What the... Wo läuft der lang? Ich find's auch krass, dass die Zwerge immer den Hinterhalt wegmachen können. Dass sie nicht gebumst werden. Das find ich krass. Dass die Zwerge immer den Hinterhalt verhindern können. Das ist... Sehr unfair. Weil die Ratten brauchen das. Und ich krieg's nicht. Obwohl ich schon drauf geskillt hab. Aber... Naja. Okay. Alles schwer, alles teuer. Alles knifflig. Gut. Das machen wir jetzt nicht. Ja, ja. Hier wurde alles verhindern. So. Gut. Also der wurde krass gebumst. Der ist low. Aber ist er low genug? Das ist jetzt die große Frage. Ich würde es einfach mal versuchen. Da drauf zu gehen. Und die Armee möglicherweise zu crushen. Okay. Verluste sollen sehr hoch sein. Verluste sollen sehr hoch sein. Seh ich jetzt aber nicht. Das seh ich jetzt wirklich nicht. Ich glaub das kann ich so solo schaffen. Das müsste gehen. Das müsste gehen. Äh... Ja. Das müsste gehen. Das müsste wirklich gehen. Ja. Und dann halt zurückziehen. Nach Lamia. Wieder 10 Runden warten. Alles ausbauen. Alles ausbilden. Ausbauen. Den ganzen üblichen Bums. Ja. Also. Wir haben... Wir haben Mörser. Wir haben... Wir haben hier einen Haufen... Haufen Stuff. An Ratten. Wir haben Chasales. Und... Ähm... Die sollten eigentlich... Eher hier so hin. Damit sie gut schießen können. Wir haben Giftwindkrieger. Und wir haben Mörser. Genau. Und der läuft irgendwo lang. Und der läuft irgendwo lang. So. So. Die Chasales greifen irgendwas an. Die Mörser greifen irgendwas an. So. Und die Globidiers greifen auch irgendwas an. So. So. Wir holen uns hier noch ein paar Rappen dazu. Und der Bums, der hierher kommt, der greift da an. Die warten. So. Der ist sehr, sehr schnell in der Action drin. Ist aber auch okay. Kann er machen. Whatever. Der war. So. Raus da. So. Die Katapulte. Greifen an. Das greift an. Das hält sich zurück. Das kann wieder eine Ratte beschwören. Genau. So. Weil jetzt kann er nicht so viel mit seinen Mörsern machen. Weil ich halt richtig direkt mit seinem Gesicht bin. Du solltest da abhauen. Das ist sehr gefährlich, was du da machst. Du musst rein. Die Ratten müssen rein. Ihr müsst da rein. Ihr müsst da rein. Ihr müsst da rein. Noch mehr Ratten. Mörser greifen an. Mörser greifen an. Wir können nicht mehr angreifen. Oder nicht. So. Oh. Okay. Also ob das jetzt gut läuft oder nicht, kann ich nicht sagen. Es ist halt einfach nur irgendwie krass. Die machen nix. Die machen nix. Der hingegen beschwert noch ein paar solche Mönche. Solche Mönche. Solche Mönche. Genau. So. Okay. Okay. Also eigentlich müssten wir hier gut drauf gehen. Na. Muss man mal so sagen. Wir müssten hier schön Schaden machen. Eigentlich müsste ich das gut gewinnen können. Ob hier so Brustratten sterben, ist ja erstmal egal. So. Tschüss. Hier noch Tschüss. Ja, eigentlich schon. Gut. Da drüben stirbt alles. Es ist sehr seltsam, was hier wieder mal passiert. Aber. So ist es ja. Genau. Der müsste abhauen. Hier, drüben. Der müsste mal da drauf. Wo ist denn mein Priester? Der ist fast tot. Auch interessant. Wir sehen, ob er noch wegkommt. So. Könnt ihr alle den da töten? Geht das? Kriegt ihr das hin? Das wäre natürlich super. Ja, die Zwerge geben wir nun nicht so auf, ne? Da ist mein zweiter, ok. Ich würde gerne noch diesen Button drücken, danke. So. So. Wollt ihr da mal angreifen? Machen wir da die Rüstung vielleicht ein bisschen weg? Dass wir hier ein bisschen besser schießen können. Giftwindmörser. Die können da angreifen. Die auch. Was ist das? Giftwindkrieger. To say it. So. Ich habe einen neuen Trick herausgefunden. Und wenn ich es schaffe, dass die sich umdrehen, kann ich von hinten drauf ballern. Was super stark ist. Aber mal sehen, ob das überhaupt klappt. Ich habe mich jetzt besiegt. Okay, glaubt ihr, mir habe ich jetzt besiegt. Ja. Okay, dann kann ich mich zurückziehen. Und kann das irgendwie wieder machen. Okay, das war's. So, haben wir es am Ende doch irgendwie gewonnen. Okay. Die wollen noch nicht abhauen. Obwohl sie schon die Army Lost Penalty haben. Wollen sie nicht abhauen. Das ist so krass. Bitte diesen Wumms da töten, Leute. Krass. Also wenn der Gegner trotz Army Lost Penalty nicht abhaut, das ist Schaperwärts stark. Okay, es ist wieder alles gestorben, alles kaputt. Aber wir haben gewonnen. Jo, das meiste des Geldes, das ich bekommen habe, wird wahrscheinlich dafür kaputt gehen. Aber wir haben zerstört, das ist gut. Ja. Wir müssen jetzt nur nach Hause. Und zwar ganz schnell. Auf geht's. So. Ab nach Hause. Ähm. Okay, whatever. Ab nach Hause und Gutes. So. Hm. Gut, was haben wir noch? Der levelt noch irgendwie... Keine Ahnung. Äh. Untrusted Worm. Poison after. Okay. Der ist durch. Queek auch. Die würde ich gerne noch töten und dann ab nach Hause. Okay. Das heißt, wir gehen da drauf. Entscheidender Sieg. Töten. Tschüss. Geld. Geld, Geld, Geld. So. So. Weiter geht's. Noch ein bisschen Geld. Noch mehr Geld. 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 Geld, 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 Geld. So. Jetzt haben wir Geld gemacht. Ähm. Den Queek fehlt ein Held. Ist jetzt aber eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn man ehrlich ist. Was ist denn hier? Karat Asuel. Dann geht doch mal hin. So. Ich kann plündern. Ja, das ist schon besser. Ja. Ja. Aber das gibt gut Geld. Ich weiß, ich hab gesagt, ich will mich zurückziehen, aber eigentlich will ich doch lieber da bleiben und weiter schaden böllern. Ist einfach so. So. Und der kriegt... ...weiter Stuff. So. Hier hab ich ja gesagt, will ich weiter plündern. Beziehungsweise weiter vorangehen. Moment mal. Du gehst. Der macht hier kaputt. Easy. Tschüss. Plündern. Na, wiedersehen. So. Plündern. Go. Plündern. Go. Okay. Das gibt jetzt richtig Kohle. Liegt aber auch ein bisschen daran, weil hier alles kaputt ist. Aber. Naja. Naja. Es könnte schlimmer sein. Sind wir ehrlich. Oder es könnte schlimmer sein. Ähm. Den da zu bauen bringt mir mehr Geld. Ich brauche Geld. Seuchenschleuder. Nicht so. Also gibt's hier noch was, was richtig Kohle bringt. Waffenstärke. Einkommen aus allen Gebäuden. Dann mach Geld. Dann mach Geld. So. Ähm. Was brauchen wir noch? Warte mal. Todesrad. Ja, ist nicht schlecht, aber. Okay. So. Wir machen Geld. Ähm. Mäuerchen. Ja, aber gerade eher nicht. Lieber hier noch so ein bisschen. Die Mäuerchen sind wichtig. Auf jeden Fall. Aha. So. Karas irgendwas. Macht jetzt nicht so Geld. Das macht Geld. 118, 114. Das passt. Das passt. Und hier. Hier. Ja, das bringt mir herzlich wenig, weil ich gerade nicht am Handeln bin. So. Mit dem Rest des Geldes sollte ich meine Untergrundstädte ausbauen. Wisst ihr? Geld. Oh ja. Oh ja. Aber. Minus 40 ist sehr riskant. Auch wenn das richtig Kohle bringen würde. Ich müsste das hier abreißen. Was nicht schlimm ist. Dann reißen wir das ab. Bauen das hoch. Ich darf nur nicht vergessen, hier gleich das andere Gebäude zu bauen. Genau. Das lohnt sich hier gar nicht. Schaut's mal. Das lohnt sich hier gar nicht mehr. Dann kann das weg. Stattdessen könnte... Hm. Naja. Naja. Ja, lass... Hm. Ne. Lohnt sich grad nicht. Hm. Hm. Das ist nicht schlecht. Aber... Hm. Sechshund... Das ist schon gut. Ja, dann... Dann mach mal hier... Man kann halt nicht beide haben. Und Nahrung. Das ist so das Problem. Naja. Okay. Ähm. Das da. Das da. Das da. So ungefähr. Würde ich mal vermuten. Hauptsache ich baue mich aus. Das dauert drei Runden. Gibt aber Geld. Geld ist wichtig. Okay. Okay. Naja. Hier wäre ein Tünnelchen wichtig. Geht aber grad nicht. Nop. Nop. Ähm. Nop. 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 Da geht überall gar nichts. Seht ihr das? Hier habe ich schon richtig viel. Das wird schon entdeckt. Das wird irgendwann zerstört. Ja, doof. Doof, doof, doof. Okay. Dann belassen wir es dabei. Ja. Okay. Okay. Also Leute bauen. Das muss man mal gucken. Schwer. Sehr schweres Spiel. Entschuldigung, seit zwei Stunden dran. Krass, Mann. Okay. Hexuatel ist stark. Aber die sind jetzt im Vergleich zu mir alle stark, weil ich habe viele Truppen verloren. Schwierig. Es sah für eine Zeit lang echt gut aus, aber am Ende ist er doch zu den Waffenteams durchgekommen. Und ich habe es halt nicht geschafft, seine Kanonen zu zerstört. Wahrscheinlich hätte ich mit meinen Katapulten auf seine drauf schießen müssen, bei dem Moment, als ich gemerkt habe, oh, ich komme nicht hin. Die Ratten machen. Weil der hat das klug gemacht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die KI hat die Kanonen fallen gelassen, mit den Zwergen dann die Ratten abgewehrt und es dann wieder an den Kanonen hin. Und das hat sie halt zwei, drei, vier Mal gemacht, wann immer ich das versucht habe mit den Ratten. Hat nie geklappt. Okay, das ist super dämlich von ihm. Ich weiß nicht, wie er das schaffen soll. Bei aller Liebe, ich glaube auch nicht daran, dass er das schafft. Das ist doch Schwachsinn. Wieso soll ich das denn verlieren? Hallo? Ich habe hier eine Menge Ratten. Ich habe Giftwindmörder. Ich habe Chisails gegen den da. Und er hat nur ein paar Bogen. Ja, ja, du Schabti. Aber das ist hier nicht ganz so schlimm. Das ist doch machbar. Vor allem, ich kann mich hier schön aufstellen. Hier oben. Ah, wo er schlecht hinkommt. Und dann einfach nur alles niederböllern. Ich könnte mich sogar hier hinten aufstellen. Dass er durchs Wasser muss, das ist sogar noch besser. Oh ja, das machen wir. Das gefällt mir. Ist das gut. Gut, also. Hier geht's da hin. Hier geht's da hin. Moment. Die Mörser. Hier doch. Und da kann er jetzt herzlich wenig machen. Vielleicht soll ich mich so ein bisschen zeigen. Okay, jetzt sieht er mich. Passt. So, dass er schön ins Wasser muss. Ich würde auch gerne ein paar Truppen hier so haben. So. Ah ja, er kann noch von der Seite kommen. Okay, okay, okay. Nicht schlecht. Dann muss ich hier drinnen natürlich auch zumachen. Das ist schon wichtig. Okay, ähm. Aber das meiste bleibt hier so stehen. So. Die sind wichtig. Den würde ich fast hier hingehen. So. Weil ja, das hier ist voll egal. Also auf der Seite kann er nicht so viel machen. Vielleicht nehme ich ein paar Globidiers und pack sie da hin. Gut, das ist so. Könnt ihr da jetzt angreifen. Geht das? Kriegt ihr das hin oder kriegt ihr das nicht hin? Schön auf den König drauf. Dann nerven. So, die Poisonwind Mortar. Greifen wir jetzt da schön an. Genau. So. Der König nimmt herzlich wenig Schaden. Das finde ich noch nicht so toll. Aber passt schon mal. So, im Wasser dürfte er nämlich dann schwächer sein. So, dann wird hier gemörsert. Das passt. Ja, alles hier wieder. Ja, alles hier. 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 Okay. So, ihr könnt es da auch noch gut drauf, weil ihr habt Fähigkeiten. Hm. Fähigkeiten sind gut. Okay. Du hast Fähigkeiten, die nützlich sind. Wo geht ihr jetzt hin? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Aber okay. Gut. Ihr könnt da angreifen. Ihr geht da lang. Nicht alles vielleicht dorthin. Da müsst ihr angreifen. Da ist das Schlimmste. So. Na los. Schön mörsern, okay? Schön mörsern jetzt. Genau. So, angreifen. Die Chessails. Ja, wenn ihr nicht schießen könnt, dann geht's einfach so irgendwie hin. Ist ja egal. Da drüben das läuft doch. Easy. Die greifen da an. Wenn die sterben, ist egal. Die sind gerufen worden. Was ne coole Fähigkeit ist. Sie fragt mich nur, woher die kommt. Aber das weiß ich halt nicht. Und dann greift sie da hinten an. Passt doch. So, der König kriegt Ära. So, die nehmen wir in die Zange. So, ihr könnt da mörsern. Ah ja, jetzt kommt ihr und schockt die. Ja, das ist nicht mehr so. Okay. Ihr macht da damage. Jetzt da drauf. So, wer hat das Reich der Seelen, glaube ich, aktiviert? Ich weiß nicht, was das macht. Ich weiß nur, dass das wahrscheinlich dieses Reich der Seelen ist. Mein Wille geschehe, reicht der Seelen genau. Ah, Regeneration. So. Die Mörser greifen da an. Sieht gut aus. Glaube ich. Sollte. Müsste. Ja, ja. So. So. Da greifen wir an. Die haben wir soweit gezwungen. Dann müssen wir die Turbenschützen kaputt machen. Da gehen wir weiter drauf. Den König kann man noch töten. So. Das ist eine komische Bestie, aber das ist eher dumm. So, jetzt schön, schön da drauf schlunzen. Und nochmal einen Debug draufhauen. Genau, die haben jetzt wenig. Guck mal, die greifen ganz schlecht an und sind auch ganz schlecht. So. Das stirbt alles weg. Na, jetzt aber. Nicht aufgeben, Ratten. Hallo. Ihr Ratten. Nicht aufgeben. Vorlord. Ich bin bester. So. Okay. Go. Rein da. Na los. Na also. Gewonnen. So. Wenn er jetzt nochmal angreift mit einer Armee ziehe ich mich aber zurück, weil nochmal schaffe ich das nicht. Aber erstmal ist das ein guter Sieg. Dafür, dass der Computer meinte, ich würde das nicht schaffen, ist es ein guter Sieg. Passt. Ne. Nix wirklich verloren. Kein echter Schaden. Dafür hier ordentlich kaputt gemacht. Bin ich zufrieden mit. Das passt. Jaja. So. Okay. Okay. Sehr schön. Okay. Ich glaube zwei, drei Runden würde ich noch spielen. Dann bin ich auch wieder fertig. Ich muss auch mal alles, was ich hochgeladen habe, veröffentlichen. Da habe ich schon wieder so keinen Bock drauf. Aber es ist wichtig. So. Besiegt. Gibt nicht viel Geld. Deswegen nehmen wir jetzt das hier. Kill eat them. Kill eat them. Okay. Dünnestie von Rakav. 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 Aufständische Gits sind auch egal. So. Perfekt. Elmgrubenwächter. Oh, wir haben wieder was Neues. Relpek Rikrok. Beim Plündern einer Gemeinde der Echsenmenschen. Tür seit eines Pyramidentempels. Wir haben eine Metallplatte gefunden. Seltsame Symbole. Versucht sie einzustecken. Ist zu spät. Euer stets Wasserblick ist links darauf gefallen. Okay. Abschreiben ist natürlich krass. Viel Dinges. Erfahrung und Schatzkammer. Oder. Chromatische Rüstung. Das nehmen wir mal. Chromatische Rüstung. Das klingt heftig. So. Knackschaksburg. Fertig. Das ist gut. Essen. Ausbau. Geld. Tunnel. Haben wir das alles Geld schon mal weg. Okay. Forschung. So. Die Rüstung. Die kommt irgendwann irgendwo hin. So. Okay. Ich könnte jetzt runter. Und das alles Crush und Missile Money machen. Oder. Was besser ist. Ich gehe hier hin. Und plündere einfach. Plündern. 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 Es gibt gut Geld. Plündern. Ich bin mit ihm ja noch nicht im Krieg. Das ist das Schöne. Das heißt. Whatever. Ja. Ja. Gut. Dann. So. Was passt? Du musst natürlich nach Hause, ne? Der auch. Alles nach Hause? So. Hier gibt es keinen Stress mehr. So. Okay. Gut. Sehr schön. Ähm. Hier könnten wir schon mal anfangen mit Chazales. Das dauert immer ein bisschen. So. Der hingegen kriegt gar nichts. Der kriegt nächste Runde was. Okay. Okay. Dann. Aha. Der kann noch. So. Ja. Der braucht halt jetzt ein bisschen. Und der andere auch. Queek. Wie schaut es bei dir aus? Das können wir eigentlich einnehmen. Taktikikitquin commandments hermen. Ja. Ja, ja, ja. So, dann greifen wir Carag Azul an. Entscheidender Sieg. Es stirbt so etwas hier. Das finde ich nicht so toll. Dann muss ich es manuell spielen. Okay, dann muss ich es manuell spielen. Geht nicht anders, ist aber okay. Spielen wir es manuell. Dauert halt einfach nur, aber das ist okay. Weil die müssen nicht sterben. Die müssen auch keinen Schaden nehmen und nichts. Ist voll egal. Ich werde das jetzt so machen. Er hat eine Orgelkanone oder so. Voll egal. Der Rest sind alles nur Bums Truppen. Genau. Aufstellung starten. So. Gut. Okay, ihr stellt euch dahin. Der ist wichtig. Die Waffenteams. Auch eher uninteressant. Schöner Kriegsschrank. So. Hier geht es dahin. Ihr geht dahin. So. Dann passt das. Oh ja. Okay. 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 Aha. Aha. Ich verstehe. Ich verstehe sehr gut. Schnell macht's die Türme kaputt. Ganz schnell macht's die Türme kaputt. Gut. Gut. Okay. Gut. Den noch schnell. Bevor ich hier zu viel Schaden nehme. Wieso liegt der Turm noch? Sauerei. Okay. Okay. Was läuft denn hier alles so? Aha. Höchst interessant. Ähm. Ihr alle geht's mal dahin. Keine Ahnung. Ihr macht's mal... Was ist das? Okay. Okay. Ich hab jetzt hier eine Menge Gisels und eine Menge Kanone. Die würde ich alle mal aufstellen. So. Genau. Ihr geht alle so dahin. Klicke ich die Orgelkanonen weg? Ja. Das macht's. Das ist machbar. Sollte machbar sein. Wir versuchen's mal. So. Hallo? Was nehme ich denn hier schon wieder für Schaden? Oh. Okay. Okay. Pass auf. Ihr geht's dahin. Ihr geht's dahin. Und der geht dahin. So. Ihr macht's hier ordentlich Schaden. Und haut die Orgelkanonen weg. Die fiesen. So. Gut. Gut. Die dürfen schießen, wie sie lustig sind. Vielleicht nur nicht auf irgendwas, was untötbar hinter einer Mauer versteckt wird. So. Wieso wollen die laufen? Guck mal. Da schießt was zurück. Das ist doch fies. Okay. Die machen jetzt einfach so lang, wie sie machen. Und gut ist. Okay. Der Rest ist überall. Die sollten feiern. Ja. Feuer. Weiter feiern. Genau. Schön böllern. Einfach böllern. So. Gut. Die könnten auf Tyne angreifen. Dass die schon wieder laufen wollen, ist doof. So. Okay. Jetzt müsst ihr doch guten Damage machen, oder? So. Ja. Tyne stirbt. So. Alright. Damit ist ich tot. Ihr kriegt neue Ziele. Ihr kriegt neue Ziele. Genau. Ihr kriegt neue Ziele. Einfach böllern. Okay. So. Ihr stellt euch jetzt mal auf. Und zwar gehen die da hin, und die gehen da hin. Und was ich jetzt mache, ist, ich hole mir einen Haufen Ratten dahin. Okay. So. So. Ihr könnt ja feuern. Ihr könnt ja auch die Ambroschützen hier feuern. Dass man denen alles sagen muss, Leute. Ihr werdet angegriffen. Dann schießt doch die Ambroschützenkopf runter. Bitte. Kann das so schwer sein? Ich würde sagen, nein. Aber anscheinend ja. Oh Mann. Nein. So. Der Ratten. Weil... Dann können wir da hinten auf der Wehrstatt angreifen. Da ist er. Der hat alles verloren. Okay. Aufmerksam. Warum weiß ich nicht? Aber es ist so. Na gut. Das kann alles rein. Das kann rein. Okay. Na komm. Mach die Eisenbrecher weg. Ah ja. Das sind diese Superräder. Können die nochmal abhauen. Weil allein sind die da ziemlich schwach, würde ich mal vermuten. Allein bringen die da jetzt... Komm schon Leute. Raus. 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 Okay. So. So. Jetzt hat er jetzt die Frage, komme ich da rein oder nicht. Ich habe hier seitlich was. Das ist eigentlich sehr gut. So. Dann hinten noch die Ratten drauf. Schöner Messklick. So. Mauern wurden nochmal durchbrochen. Okay. Na gehts doch mal rein. Einfach rein und töten. Kommt schon. Kann eigentlich nicht so schwer sein. Das ist alles tödlich. Das ist halt schon krass. Aber irgendwann müssen die doch mal aufgehen Leute. Oder? Also irgendwann... Also irgendwann... So. Jetzt aber. Na los. Ist das euer Ernst? Ist das so unmachbar die Partswerde da wegzuhauen? Ja. Unglaublich. Oh gut. Noch ein bisschen buffen. Er hat da ja nichts anderes außer diese drei, vier Einheiten, ne? Die da halt wirklich, wirklich, wirklich was machen müssen. Ist krass. Das ist schon heftig. So. Was ist mit dem? Stirbt auch. So. Also wie der die Mauern hält, ist schon verwehrs. Also irgendwann muss das doch mal durch sein Leute. So. Irgendwann müsste auch mal der Armilast durchkommen. Aber anscheinend... Er nicht. Krass mal. Das ist schon heftig. Natürlich. Jetzt. Aber er hat natürlich noch Slayer. Müssen alle weg. Alle Slayer müssen weg. Der muss weg. Komm. Das gibt halt jetzt richtig Geld. Ob das wert ist, muss man mal sehen. Wie stark diese Slayers sind. Glaskanone angeblich, ne? Hält aber ewig viel aus. Okay. Wehrstatt gehört uns. Knapp. 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 Also... Schon heftig. Ja, die Verluste gehen eigentlich. Aber... Mal schauen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal schauen. So. Na, 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 na... Hmm... Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Gut. Jetzt wird ausgeraubt und dann... Keine Ahnung. So, was ich jetzt hier mache, weiß ich noch nicht. Ich könnte natürlich, also entweder gehe ich in Plünderstellung, brauche halt acht Runden, oder ich brauche drei Runden, um wieder voll zu sein. Und ich glaube, es macht Sinn, jetzt hier ein bisschen zu stehen, defensiv. Wenigstens für 1-2 Runden. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Und dann mal schauen. So, was kann man noch forschen? Das ist auch gut. Solche Abteile, die brauche ich noch. Uh, das ist stark. Das ist auch stark. Okay, wo kann ich eine Seuchenabteile bauen? Irgendwo müsste ich die jetzt mal bauen. Hallo. Seuchenabteile. Hier. Hier bauen wir die jetzt. Okay. Wir können weiter ausbilden. Großes Yay. Es fehlen... Was fehlt denn hier? Die Warblitzkanonen. Und ansonsten, glaube ich, bloß diese Ratten. Genau. Damit ist der durch. Der darf ja noch nicht ausbilden. Der ist nächste Runde. Der hat Pech. Das dauert. Quiek. Ist fertig, ist fertig. Ist fertig, ist fertig. Passt. Okay. Nahrung passt. Der Rest ist gut. Gold, ja. Aber das brauche ich gerade noch. Anderweitig, glaube ich. Oder soll ich hier noch irgendwo... Im Tunnel wäre hier nicht schlecht. Gut. So. Und weiter geht's. Ja. Ich müsste mir langsam mal einen Plan machen, wo ich als nächstes hin möchte. Mit meinem Land. Ich glaube nämlich, ich sollte... Schwierig. Irgendwo muss ich Stuff einnehmen. Ach, warum du meinst. Nee. Dafür bist du nicht zu schwach. Dafür bist du nicht zu schwach. Naa... Nicht Angriffspart... mit denen muss ich sogar das Abkommen brechen, damit ich da plündern und alles. Die bringen wir nicht. Unterstadt zerstört Zantri. Schade. Da verliere ich wieder was. Das ist natürlich schade. Wo ist Zantri? Muss ich mir mal anschauen, wo Zantri ist. Ja, kommt, mach weg. Ist alles egal. Kommt Karaz, äh, Karaz noch dran? Nein? Sehr schön. So, wo ist Zantri? So, Zantri. Aha. Schade. Wow, ich krieg gar kein Geld mehr. Gut. Lagermodus. Dann. Ausbilden. 2-2-2 haben wir. Hier. Die beiden fehlen. Ne, da, da, die haben wir. Äh, die Ratten fehlen. Ansonsten fehlen noch mal zwei Ratten. Ist glaube ich egal, welche das waren. Das waren jetzt immer die mit Schilder. Vier Schilder. Vier Schilder. Vier Schilder. Vier Schilder. Okay. Gut. Der baut sich auf. Der baut sich auf. Easy. Und dann können wir wieder zurück. Das geht schnell. Das geht sehr schnell. Sehr schön. Okay. Quik. Ich würde sagen... Die warten noch. Na, ich könnte zwar wieder in... In Plünderstellung gehen, aber ganz im Ernst, ich brauche... Ich brauche das ein bisschen. Ja. Frieden und Handeln. Wollen sie nicht. Wir könnten handeln. Okay. Gut. Dann handeln wir jetzt. Glückwunsch. So. Es gibt wenigstens ein bisschen Geld. Was ist da? Ein bisschen Kohle. Ähm, Karab-Acht-Gipfel. Der macht grad nicht so viel Kohle. Bauen wir das mal aus. Geld ist Geld. Gut. Und jetzt wird's gleich lustig. Hm. Ein Stift-Tail. Stift-Tail. Oh, das ist nicht gut. Weil... Genau. Weil wir jetzt hier rangehen. Hallo? Ja. 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 So. Weil ich möchte jetzt alles blitzschlagen, was ich hier blitzschlagen kann. So. Das bedeutet, ich greife hier an. GG. Naja. Viel Geld gab das jetzt nicht. So. Dann... Greifen wir das da an. Okay. Auch das ist... Free. Gibt auch wieder Geld. Gut. Dann greifen wir... Was? Nicht mit mir. Das da an. Wir belagern es. So. Der da greift darüber, greift das da an. Gewinnt. Sehr schön. Dann nehmen wir das Geld. Gut. 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 So. Und dann können wir hier angreifen. Der hat ja nix. Also der hat ne Negros... Ja gut, der hat schon einiges. Das ist aber egal. Also ich hätte vier Katapulte. Was nicht schlecht ist, aber... Naja. Muss auch mal. Ähm. Okay. Okay. Gut. So. Ähm. Okay. 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 Was haben wir jetzt hier noch? Nix. Bisschen Geld. Ist aber egal. Okay. Bisschen Geld, ist aber egal. Okay. Die bleiben da noch. Ich weiß nicht, ob das so safe ist, wenn die da bleiben. Aber ich sehe hier gerade auch keine... Keine wirkliche Gefahr. Der hat hier keine Truppen stehen. Hier keine Truppen stehen. Hier keine Truppen stehen. Hier keine Truppen stehen. Da nur ganz klein. Da auch nix. Auch nix. Nö. Also wo immer seine Armeen sind, sind nicht da, wo es hier gefährlich für mich wird. Ich bin bereit. Ist voll egal. Okay. Ich habe Geld gemacht. Mit diesem Geld kann ich weitere Unterstädte ausbauen. Zum Beispiel kann das weg. Dafür könnte ich das hier ausbauen. Äh. Springhornberg. Kann auch weg. Ich habe... Wie schaut die Nahrung aus? Ja, das geht noch. Okay. Dann machen wir noch Geld. Solange es noch geht. Gut. Belagerung. Runde Bände. Okay. So. Jetzt ist die große Frage. Die ganz große Frage. Die riesengroße Frage. Die größte Frage überhaupt. Mache ich das oder mache ich das nicht? Weil ich kann jetzt hier acht Runden warten. Für nichts und wieder nichts. Er hat halt viele Reiter. Das ist doch machbar. Oder Leute? Das ist doch machbar. Glaub ich. Ja. Schwierig. Also. Ich habe halt nur vier Katapulte. Zwei Dinger und vier Gesales. Das ist nicht schlecht. Aber es ist halt auch nicht überragend. Ich habe ein paar Mörser. Aber ob das so krass ist? Ich weiß nicht. Warte mal. Niederlage. Mannhaft. Aber es stirbt nicht alles. Was ist das? Das ist auch so schön. Weil das stirbt alles weg. Die Armee stirbt eigentlich weg. Was hat denn der für Mauern? Verbesserte Turmgeschosse. Er hat Türme Stufe 4. Ja dann warte ich lieber. Dann warte ich. Das passt schon. Dann warten wir jetzt. Jupp. Entscheidung getroffen. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Weil vielleicht ist es wirklich gut, wenn ich das da mit den Türmen mache. Wisst ihr? Mal gucken. Mal gucken. Einfach mal gucken. Wie es alles so wird. Uh. Ich bin hier. So. 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 Bam bam. Laura. Das ist egal. Bündnis. Auch egal. Belagert. Das ist gut. Clan Skryer. Gibt es nicht. Das ist cool. Das heißt ich kriege Icket Claw irgendwann. So. Ihr wollt Frieden. Ja. Aber nur wenn ihr auch mit mir handelt. Ansonsten gibt es das nicht. Na. Es gibt nur Frieden wenn ihr auch mit mir handelt. Und solange ihr da nein zu sagt. Klündere ich euch lieber. Ganz einfach. Was schade ist. Weil Clan Vulcan ist eigentlich ziemlich cool. Ich finde es halt krass. Dass so ein Bums Clan sich so stark verteidigt. Und die ganzen anderen. Die Clan Ashen. Scryer. Das Seuchen Clan. Und so. Die sind alle tot. Alle verkackt. Ich wäre. Ich hätte auch beinahe verkackt. Konnte mich aber irgendwie noch retten. Clan Skryer. Ja würde ich gerne. Aber ich habe das Geld gerade nicht. Das ist das Problem. Ich habe das Geld nicht. So. Hier hat sich noch nichts getan. Das dauert noch. Einfach. Einfach weiter beladen. Bis. Bis den Leuten die. Die Vorräte ausgehen. Mal schauen. So. Der ist bereit. Da können wir wieder los. Ich weiß nicht ob ich zur Wasserleiche soll. Ich finde das eigentlich mal ganz interessant. Das heißt wir. Ansonsten hat sie ja nichts. Passt. Gut. Gut. So. Das heißt wir fahren dort lang. Gut. So. Quick. Du bist bereit. Bei dir passt alles. Wann kommt denn dein Held wieder? Wann kommt denn der Quick Held wieder? Irgendwann. Okay. Okay. So. Blinder Modus. Blinder Modus. Blinder Modus. Töten. 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 Blinder Modus. Töten. Töten. Quick geht's gerade nicht gut. Das heißt er wartet noch hier. Aber sein Pack. Kann. Nee er kann. Er kann Flündern. Genau. moment aber ich kann doch ich kann doch hier durch weil wir kann doch zu k8 gipfel ist auch sehr viel wert könnt ihr auch noch mal auslaufen warum auch nicht nur wieso nicht so okay hier schwarzfels schwarzfels macht kohle und ich will die gibt mir das geld gibt mir das geld hier machen wir ein tünnelchen und das da und hier würde ich auch noch im tunnel bauen genau so kampagnen sichtfeld wir bauen weiter die untergrundstätte aus einkommen durch überfälle nach der schlacht bewegungsreich weil das ist wichtig das brauchen wir das ist auch nicht schlecht kriegt er den knochenreißer so kann man dort nicht bewegt ich habe auch gar kein geld gerade der plünder ich könnte natürlich noch kennen aber ich sollte hier in der nähe bleiben das ist besser mit nahrung habe ich nämlich gar keine probleme dann gehen wir in lagerstellung der b lager sonst braucht man nix das ist halt krass dass das alles so viel kostet mein tiefenreich lohnt sich noch nicht für geld das heftig na gut gehen wir noch mal hier alles durch passt ja passt 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 okay so ich glaube die runde mache ich noch und dann bin ich fertig war ja dann auch schon wieder sehr lange genau kochen und essen ich weiß nicht ob ich noch einkaufen soll ich hätte eigentlich eigentlich habe ich keinen bock einkaufen zu gehen ich glaube es mache ich am montag oder dienstag ja 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 genau montag oder dienstag na gut so bündnis verhandelt whatever ja gut wenn die da eine truppe haben werde ich das so schnell nicht einnehmen können das geht dann nicht noch mehr leute das ist egal unterstatt fertig todesklamm sehr schön geld el calabat zehn runden das könnte ich schaffen okay ein pyros sieg gefällt mir noch nicht würde ich noch warten da warte ich einfach noch zwei runden genau und dann gehen wir darunter und dann darüber wenn das so viel wert ist neunzehn tausend hier acht fünf tausend ja ist aber okay so der pech so weiter geht's ich hoffe mal dass das was nützliches ist haltbare relationen wären geil oder halt ne bucht hoffentlich eine die 20 ja die wird nach tausend wert sein sechstausend sogar bloß naja besser als nix ja wir gehen wieder dahin plündern genau da gehen wir wieder hin das wird nice soo schon da lang oh okay da muss ich aufpassen gut Quik muss angreifen wer muss da Schaden machen wow okay ich glaube es wird Zeit dass wir uns hier mal zurückziehen ich muss auch ganz dringend auf Toilette dann mach mir ein Poissack gut so wieder da müssen wir noch das Headset aufsetzen das Kopfset auch interessant so gut wo war ich ich war dabei zu sehen dass ich hier unbedingt mal weg muss irgendwie da hat es nämlich einen fiesling das heißt wir plündern uns das ist halt auch viel wert aber ja wir plündern uns mal zurück ne einfach einfach Richtung Richtung zurückplündern ich kann ja hier ich kann ja hier rumstehen und immer wieder mal plündern und nerven ne das kann ich ja ganz gut so Bitterspitze was ist das wert 2000 ja Lass uns mal so das dauert noch das weiß ich da sind wir durch Stinks like a great ok ja ich komme mit dem nicht weiter das ist so nervig also mit denen handle ich jetzt das ist ja schon mal nice so wo habe ich noch irgendwelche Abkommen die weg können die weg können wieso kann ich das Abkommen nicht mal aufheben halloo ja aber ich kann es nicht auflösen was ist denn das jetzt aha ihr seid lustig Leute das ist ja ein Schwachsinn ok ja ich würde mit denen auch gerne handeln aber das geht halt grad nicht mit denen auch aber geht halt nicht mit denen auch aber geht halt nicht mit denen auch aber geht halt nicht also ja also ja ja es ist so verrückt ich bin grad echt am überlegen weil also das ding ist so wenn ich mir das hier alles hole was ich könnte geht mir eine Menge Geld verloren wisst ihr ich verliere hier eine Menge Geld wenn ich hier den Bums erstmal aufbaue außerdem kann ich mir das aktuell gar nicht wirklich leisten aber irgendwo muss ich expandieren und ich weiß noch nicht wohin ich würde gern hier expandieren das könnte ich mir alles holen wisst ihr das wäre eine Möglichkeit vielleicht mache ich das dass ich erstmal hier mich aufbaue genau und dann guckt dass ich langsam hier das einnehme es gehen halt so viel Tiefenreiche verloren weil hier mache ich auch 500 hier können wir noch ausbauen ja ja schwierig na hier gibt es halt wieder Geld so ok ähm dann warten wir impressed by your tail size weiß nicht vielleicht und dann gucken wir mal ob wir nicht doch noch handeln können und gut ist ich plündere hier gerade in Karasau gut das passt so ok 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 gut gut das passt ich brauche ja mit denen gerade keinen Stress schieben solange sie bei mir nicht plündern ist alles so gut wenn sie bei mir wieder anfangen zu plündern tschüss dann gibt es halt wieder Krieg mir ist das egal ich muss nicht zuverlässig sein ich spiele keine Elfen die mit Diplomatie machen ich spiele keine Lizardman die irgendwie viel mit Handel machen können oder so ist voll egal ich spiele kein Bretonier oder irgendwie Reikland oder so die vielleicht viel Diplomatie und Handel brauchen ist alles egal so der geht das macht Sinn da kommt noch mehr Armeen Barodin Steinherz grimmbredal der weiße Zwerg mit seinem Grauen der ist kräftig ich finde es halt krass wie gut die Zwerge sind ich will kill you nicht nein ne will kein Lichtanwurf gepackt brauche ich nicht so Tlaxclan lebt noch irgendwie wahrscheinlich mit einem Dings die Teiche mit irgendeinem Dings voll egal Konföderation ok Etain hat Navarrete das hätte ich halt gerne ich müsste mal gucken dass ich an die Küste komme aber das bringt mir nichts weil mit den Elfen kann ich eh keinen Handel treiben die mögen mich nicht das ist voll egal aber Clan Vulcan wenn ich Glück habe kriege ich es mit Clan Vulcan endlich mal hin zu handeln das wäre echt gut so gut du gehst da lang du gehst da lang ja komm mach weg gut gut sehr schön gut 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 so irgendwer hat wieder was bekommen der nicht seltsam schritt schreiber genau schreiber brauche ich ist auch nicht schlecht schreiber hat der gut noch mehr forschung noch mehr forschung noch mehr forschung sollte hat schon den schweiber der hat nichts der hat schweiber nix hat der schweiber was auch immer es geben schreiben keine ahnung aber hey gut ich würde so langsam mal anfangen hier in richtung armee zu gehen sprich ich würde ihm gerne ein paar truppen geben erst mal die heftigen erst mal die heftigen truppen hier richtig kohle machen ok der hat zwar hier eine armee die ausbildet aber ist nicht so stark ja dann wenn da sonst nichts ist schön drauf knapper sieg what niedrig gut ich hole mir jetzt langsam hier das habe ich mir vorgenommen das hier ist teuer das ist auch knapp da müsste ich fast nur sowas bauen das kann weg das kann weg das ist gut es gibt wieder geld so buckelberg der ist ein bisschen was wert da könnte ich noch hochgehen mit nahrung und so nahrung passt aber aktuell also nicht schlecht aber moment 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 das ist zu viel dann lieber so ok gut grom gipfel das kann weg das passt das passt auch schön vielleicht kann es kratz ja noch einmal einen brutschrecken bonus bekommen ja höhengruben brut keine ahnung was die kann ob sie ja träger regeneration sie hat schnelle angriffe sie ist unerschütterlich und sie ist zu abscheulich für den tod klingt alles heftig sie kann außerdem sklavensklaven mit sperr beschwören was nochmal krasser ist ja geil regeneration entsetzen belagerungsangraven nehmt mal mit nehmt mal mit das passt die ruhe an poesern after so ähm rel hast du clanraten ja hast du dann das da so gut passt 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 das da wird langsam er scheint nichts zu sterben ich werde trotzdem noch eine ja ich kann noch eine runde warten eine runde noch warten dann machen wir das kaputt wenn das dann kaputt ist die piraten gibt es nicht mehr krassen einfach tot heftig eben wollten sie noch was von einem bumm sind sie weg krass was willst du bündnis mit dir du bist du bist nur darum mit mir zu handeln alles andere macht keinen sinn ok das ist kriegs unterstützung ok er hat eine fliegende kriegsmaschine er hat zwei er hat vier ok er ist im tunnelnetzwerk ok aber das muss doch machbar sein ich habe halt keinen splash so wirklich aber schwierig sehr schwierig weil also das kriege ich weg aber der rest ist knifflig nahkampfabwehr 64 also die zerlegen die zerlegen meine ratten und zwar sehr hart ich habe halt des sails was gut ist ich habe auch die kanonen einen kleinen splash was auch nicht schlecht ist aber der der rest knifflig soll ich es versuchen die sind gut gegen infanterie angeblich ich versuch's komm wenn ich es nicht schafft pech ich versuch's ich will das versuchen erfahrungen sammeln die sind halt leider aus stufe 5 6 7 und so 3 aber ok er ist weit weg mit seinen kanonen das heißt ich muss hier nach vorne seht ihr das da muss ich hin ja da muss ich hin so soll ich ihn zwingen sich umzudrehen und fangen auch schon fröhlich an zu böllern ja geil damit hat er mich natürlich damit hat er mich natürlich weil er macht hier meine ganzen kanonen kaputt das ist superschlecht ja ok ich würde gern die orbel kanonen töten ich muss da angreifen ich muss da der mit spüren das geht nicht alles als euch macht's kaputt ja schneller mehr damage die können wir nach vorne na komm wieso darf der denn so böllern und ich da gar nicht das ist nicht fair ja töten unbedingt töten vielleicht kann ich mit denen seitlich vorbei das ist nicht alles zu brauchen die nächsten gyrobomber töten die nächsten gyrobomber töten die nächsten gyrobomber töten die greift jetzt da an ist mir jetzt egal ihr versucht da durchzukommen ja los ich schaffts aber doch oder so na los das müsste zu haben ok so ok die leben leider noch die flachen die machen ja gar kein damage krass ja gut ja du beeilst dich mal bitte ok ok die leben leider noch die flachen Schadenkanonen. Die machen da Schaden. Ähm, dann greift es da an. Hauptsache hier macht es ohne Damage. Gut. Geh, nicht weg! Barbarat, T.C. Stormperning! Rude, Rude, Rude. So. Was ihr immer angeht? Wir spielen den Huse. vom heart attack. Okay. Los, Leute. Okay, eher schlecht läuft es ja jetzt nicht. Aber läuft es auch gut. Das ist die Böse. Ich glaube, ich habe es. Sieht ziemlich. Nicht ganz, noch nicht, aber sieht ziemlich. Die halten die auf. Auf der Sache, ihr macht es irgendwo damage. Was ist das? Einfach damage fahren? Ich glaube, das schaut schon ganz gut aus. So an und für sich. Nur geschafft ist es halt noch nicht ganz, aber es wird schon noch. So, schießt ihr auf irgendwas? Bitte? Nein? Nein? Hallo? Ja, jetzt kommt die Arme. Sehr schön. Okay, geschafft. Teuer, aber geschafft. Gut, das heißt... Ähm... Das war sehr gut. Vor allem, die haben getunnelt. Das heißt, die müssten sterben. Komplett wegsterben. Weil sie getunnelt haben. Gut, das heißt, es gibt erstmal Fettkohle. Kann ich brauchen. Dann... Replenishment. Oh, das Geld ist schon nice. Ja, ich bin eh auf dem Rückzug. Ich nehm's Geld. Ich nehm's Geld. Weil ich zieh mich eh zurück zum Replenischen. Das ist ungeil. Wieso sind da die... Stimmt, der hat da seitlich... Hier hatte der ja was. Lol. Ah, das muss ich zerstören. Das muss ich wirklich vernichten. Das darf ich ihn nicht lassen, den Zwergen. Und die da... Wow. Stimmt, der hat ja konföderiert. Wisst ihr noch? Und dann... Wow. Okay, okay, okay. Das schaut grad nicht so geil aus. Und zwar überhaupt nicht geil. Ah. Das schaut grad gar nicht gut aus. Weil... Okay, das ist wichtig. Der muss zu Quick zurück. Skavenblight hat wie so eine Unterstadt. Schön. Ja, machen wir mal Money, Geld und so. Äh... Ja. Jetzt. Weil schaut's mal. Der hat hier diesen ganzen Bums. Das muss ich alles vernichten. Alles ausrauben und zerstören. Okay? Gut. Das hier ist immer noch ein Pyrrhos-Sieg. Ja, die Nahrung wird langsam knapp, hab ich's Gefühl. Aber so langsam müsste das jetzt mal reichen. So. Ausrauben. Gibt Geld. So. Tschüss. Dann. Den da. Ja. Okay. Den möchte ich bitte töten. Habe ich mit dem Krieg? So. Der hat es nicht geschafft, den Hinterhalt. Dann kann ich da angreifen. Ja. Ja, ich will eigentlich keine Ratten und so verlieren. Das muss nicht sein. Okay. Mach ich manuell? Muss ich manuell machen? Geht nicht anders. Ähm. Ha. Jetzt wird's schwierig. Weil der eine rennt da rum. Der orangene Untote. Bah, ist das doof. Äh. Ich muss halt... Na gut. Okay. Das muss ich alles töten. Okay. Das heißt, ich muss mich hier aufstellen. Genau. So. Stehen die da gut? Eigentlich schon so, ne? Steht da noch was? Nein. Okay. Weil. Der ganze Bums muss da angreifen. So. Das heißt, das erste, was wir machen, ist... Okay. Das ist klar, das bräuchte ich wieder. Aber. Zack. 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 Los da. Alles weghauen. Alles, was hier weiß, ist weg. Voll egal, ob die abhauen, ob die da rein. Hauptsache, die können nicht schießen. Wisst ihr? Hauptsache, die können nicht schießen. Das ist gut. Okay. So. So. Gut. Gut. Ja das ist free. Absolut free. Sollte free sein, sagen Sie mal. Na warte mal. Die Rekopterbomber. So. Ja eigentlich hätte ich gern, dass ihr einfach nur frei drauf böllert, wo ihr lustig seid. Genau wie die hier. Weil es vollkommen egal ist auf was die angreifen, solange der hier nur so rum handelt, ist das voll egal. Einfach nur Doom und das war's. Da scheint was nahe kommen zu wollen, das sollten wir verhindern. So. Genau. Ja das ist doch gewonnen, oder? Schaut's mal. Der macht doch da nix mehr. Der TÜK stirbt. Naja der macht das nicht. Der macht das nimmer lang. Der TÜK. Wo sind die anderen? Die schießen gar nicht. So jetzt ist die Frage, kriege ich TÜK tot? Kann ich hinterher setzen, das passt schon. Nichts verloren. Sie sind nicht verloren. 1.000 Zwerge fast zerstört. Das ist ein guter Sieg. Ein sehr entscheidender Sieg. Ist er besser als heldenhaft? Ne, heldenhaft ist wenn du krass in der Unterzahl wirst. Dann ist er heldenhaft. Aber ist okay. ich habe noch nie verstanden aber wo die unterschiede sind zwischen knapp heldenhaft pyrrhos sieg entscheidend mannhaft und 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 gibt es boni auf das gold das du bekommst die erfahrung also drei prozent oder 3000 geld an die 2000 geld wir rennen natürlich wieder plündern durch die lande ist klar und das gibt gut geld mit dem habe ich keinen krieg noch nicht aber wäre jetzt hier auch egal weil das ist alles nicht so gefährlich da war irgendwas ist aber egal tatsächlich auch wiederum wir können hier noch ein bisschen geld machen wir können nahrung noch ein bisschen machen darum ist immer wichtig so nahrung weihnacht gut 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 das ist nichts wert trotzdem muss ich dadurch okay ich würde sagen ich bleib einfach im plündermodus der ist aktuell gut es geht mir gut so weit da oben ich muss mich nicht krass zurückziehen tatsächlich da muss ich der schon gelaufen okay gut was kriegt er noch das da ja okay ja und der eschen zauberer morsche knochen erst mal den effekt so dann ausbilden wie ich sagte der bekommt er ja so okay weil dann haben wir wirklich viele mutanten oder hier und brutschrecken und so sind toxisch genau die sind gefährlich diesen sind alles single entities alles bisher und dann gibt es halt nachher noch irgendwie klar hier so vielleicht 22 dinge ratten ogre müssen jetzt nicht so gefährlich ich würde halt noch zwei solche todeswindkugeln oder mörser oder vielleicht deutsche sails keine ahnung ich finde das ist eigentlich richtig geil ich mag die langsam echt sehr weil die gute feuerunterstützung gehen wahrscheinlich werden es einfach die gift windmörser gut ist die haben schöne reichweite die machen guten damage die dunkle festung ist auch noch was wert dann würde ich jetzt mal genau passt ich weiß nicht wo auf einmal das geld herkommt das ist richtig krass weil plündern macht schon ein bisschen was aber steuern sind hochgegangen bis dieses gebäude ist der ja ich glaube der warb stein reaktor macht richtig kohle ich glaube schon ich glaube ich nicht verwechseln das spalten ruf und das ich finde die beide so schlecht jetzt gehen wir erst mal hier drauf aufs organize und laboratory und so antworten noch ein reißer und der segen ist nicht schlecht aber weil hier kriege ich nur führerschaft geschwindigkeit ja das ist nicht so wichtig weil der gift segen ich weiß nicht hat irgendein solchen priester den gift segen bisher nicht nicht mal der von krieg hat den gift sehen als buch also braucht man das ist der ist fast fertig ne das ist der wortenlob techniker genau der braucht den nachkampfangriff ja gar nicht weil er eh schlecht ist mit schaden stärkt man noch das einkommen das noch dazu passt schon so wir können wieder forschen jetzt müsste ich hier gut vor ich muss hier durch ok ja aber das ist gut steuersatz plus fünf ist stark verlust verstärkungsrate ist auch stark mit allen fraktionen plus zehn so du da leute ok stopp was war das was wird hier geplündert passt gut ok ich würde sagen es schaut gut aus ich bin sogar endlich auf die 10.000 gekommen leider nicht ohne plündern sondern mit aber ist es nicht schlecht und schon wieder drei stunden gezockt ich würde jetzt sagen ich sag das seit einer stunde das darf ich nicht vergessen es gibt es gibt es gibt halt so viel was ich noch tun muss weil die 4000 schatz belohnung sollte ich mitnehmen tatsächlich nein 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 ätzend dass er diesen bums überhaupt versucht schlimm ok ähm entweder töd ich die oder ich bleib plündern ich hab keine ahnung ich will auf jeden fall da drüben den bums mir aufbauen das ist wichtig weil ich brauche langsam noch mal ein bisschen mehr stuff jetzt führe ich mit allem krieg mit ausnahmslos allem auch heftig weil wieso nicht ne kann man ja mal machen stopp äh gut ja dann gehen wir jetzt da rüber greifen da an tschüss so ok die aschbäre und der hexenberg sind auch noch was wert aber ich geh jetzt plündernd dorthin und plündernd dorthin weil nahrung krieg ich aktuell noch gut dazu das passt schon aber wenn ich mich am anfang selbst plündern muss dann ist es halt so das ist nicht so tragisch so ok ok die ratten sind so krass man so da kann ich noch hin da kann ich noch hin bis da runter das ist gut alles klar der kommt bis dorthin der kann aber der kommt nicht so weit das passt die die wollen halt einfach nicht wisst ihr das ist das traurige ok ist ist doof ist sehr doof aber ok das kann man bauen obwohl macht das sinn äh geht so geht so äh 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 bauen wir lieber das da das können wir noch bauen hier machen hier machen wir dann richtig kohle aber ah 40 gebäude gebäude ja ist zu teuer dann bauen wir jetzt hier erstmal das kleine Dingens ist auch nicht schlecht bauen das später aus weil dann denke ich mir ja das passt schon ok ok gut äh passt hier geht gar nichts der hat einfach zu viele Charaktere was soll das denn jetzt aber warte ich will hier ja eh Krieg führen ach so du willst da abhauen aha ok erstmal müsst ihr aufhören zu plündern dann kann ich hier angreifen töten so gut passt passt dann können wir hier hin und hier alles stück für stück kaputt machen den töten den töten genau so blitzschlagen oder hinterhalt perfekt oh ja dann haben wir die 7% der haut ab wenn der abhaut ist der ja gar keine Gefahr mehr Pyros Sieg ok ok näh ok Pelaro fortsetzen der doch den sollte ich töten der ist wichtig der muss weg der stirbt der nervt weg damit tschüss jep so dann kann er irgendwie nicht mehr plündern ok ok dieser Pyros Sieg nervt er hat viele Single Entities das ist schon gefährlich da muss ich warten oh fast verklickt beinahe verklickt ok 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 El Calabat 7 Runden ja und dann muss ich halt wie gesagt hier hoch und das alles töten die Zwerge dann müssen weg ähm das hier ist nervig aber egal kann ich irgendwo noch genau obwohl will ich kostet halt wieder Nahrung ne ich glaube ich baue mal dieses Gebäude schadet ja nicht so ähm der bekommt hätte ich ihm die Giftwindmörser geben Warp Flammenwerfer 133 die sind alle schnell 140 ich brauche etwas das richtig knallt ne Warpfeuer also ich finde es ja nicht schlecht ne weil die haben mehr Damage aber die machen keinen Splash Giftwindkrieger gegen große Feier ja aber da habe ich ja genug Single Target Bombs habe ich genug gegen Infanterie komm nehmen wir noch zwei Mörser dazu und gut ist ich finde die Mörser gar nicht so schlecht das passt schon weil die Zappräder die gehen gerade nicht die die das sind halt Seuchenschleuder ja sind nicht schlecht aber sind sie gut eigentlich nicht ok also die plündern sich durchs Land der läuft da wird geplündert geplündert ja der plündert gerade nicht muss aber auch nicht so ansonsten was habe ich denn sonst noch für einen solchen Priester ich kenne die ich kenne die Skillung gerade nicht wo ist ein der solchen Priester von Queek schnelle Aktion ok der ist schnell geworden gut beinahe missklickt der ist fertig der ist komplett fertig ok ja dann nimmst noch den Spaltenruf oder das macht Schaden das macht die Rüstung weg das macht die Rüstung weg für 45 Sekunden die Rüstung weg zu hauen ist schon besser ja ja ok und der kriegt halt das ungefähr so passt schon ah ja das ist der nächste Klicksil wir machen wieder das Einkommen genau das hier und gut so schaffe ich es jetzt endlich aufzuhören dieses Spiel zu spielen schon wieder dreieinhalb Stunden oh mein Gott mein Gott halb zwei mein ganzes Samstag wieder weg ja perfekt ok der Blitz schlagt warum hilft Tic-Tac-Toe da jetzt das ist doch ätzend ok die Verluste sind hoch wenn alle stirbt er hat also ich sag mal so ich weiß jetzt nicht wie er das gewinnen will außer ah ja gut ich habe nur zwei Jessails aber soll ich es noch versuchen oder mache ich hier Ende ich glaube ich mache hier Ende ich mache hier Ende ist ein guter Punkt um aufzuhören obwohl ich halt nicht weiß was abgeht nächstes Mal denn nächstes Mal werde ich wieder alles vergessen haben ja ja ich versuch's ich versuch's ich versuch's ich versuch's ich muss gucken dass ich die Jessails dass die überleben das heißt ich baue mich breit auf habe ich jetzt auf fünf hab ich jetzt auf ich glaube ich hab's vergessen ship es vergessen zu haben wäre natürlich riesen fail ja dann ist die Armee halt put dann ist die Armee halt wieder put muss ich halt ne neue Armee bauen geil ich hab vergessen nein ich hab's nicht vergessen ok so ok die Jessails stehen da eigentlich ganz gut die Mörser ja pass auf ich mach das jetzt so ok ich pack die Speere so mittendrin rein nur so so ok gut so so und die plus die da laufen jetzt nach vorne die Jessails schießen fließen erst mal auf irgendein keine Ahnung so ok hier wird geböllert da wird geböllert Könnt ihr mal versuchen, da anzugreifen? Das wäre super. Der hat hier nur Skinks. Das ist eigentlich nicht so gefährlich. Irgendwas ist schon gestorben oder geflohen. Krass, Mann. Aber okay. Okay. Das ist extrem ätzend. Kann ich gerade aber nicht verhindern. Ich kann nur versuchen, ihn hier zu nerven. Der stirbt. Ja, das verliere ich hart. Aber ist okay. Dann, dann. Schade. Aha. Irgendwie... Nö. Wenn ich zurückziehen soll. Gut, weiß ich. Nächstes Mal. Zu viele Fliegdinger. Ich war zu verletzt. Kein gutes... Ja, nee. Wow. Habe ich ja gar nichts geschaut. Skinks sind stark. Wer hätte gedacht, dass Skinks so stark sind? Nice. Na, ist gut. Die Armee ist tot. Da muss ich einen Kriegsherrn mit einem Häuptling neu ausbilden, weil die waren immer noch nicht Stufe 20. Okay. Jo, neues Stretch. Goal. Ja, muss ich wieder fünf, sechs Runden spielen, bis ich wieder die Armee habe, bis ich das habe, bis ich die Quest habe. Krass, das hört mich auf. Gut. Ja, Tick-Tack-Tor wird genau. Die sind ja verbündet, deswegen zurückziehen. Das habe ich jetzt nicht geschafft, alles klar. Gut. Okay. A-Pow, zurückziehen. Genau, der ist getötet. Pestilost. Da brauche ich halt einen neuen Häuptling. Irgendwas gestohlen worden. Gut. Ja. Gut, da muss ich mich zurückziehen. Ich schaffe es wieder nicht zu den Swergen. Geil. Gut. Die Pack-Armee ist komplett vernichtet worden. Dann muss ich eine neue ausheben. Alles klar. Also wieder zehn Runden verloren. Ja, gut. Gut, gut, gut. Dann muss ich nochmal... Ja, ich werde nochmal eine Stunde spielen müssen jetzt mal. Okay. Ja, ja. Gut. Geil mich, Herr Kravite. Ähm... Ja, dann plünderst du dich halt... Hier irgendwie lang. Okay. Ja, der wird sterben. Also Tretz wird auch sterben, weil ich jetzt falsch gelaufen bin. Okay, gut. Erstmal das Wichtigste ist, diese Armee wieder auszuheben. Ich brauche einen Kriegsherrn. Finde ich alle nicht so geil. Warlord. Gut. Ist egal, wie der heißt. Bekommt einen Häuptling. So. Gut. Hauptsache, der hat irgendwas. Ja, das ist ja doof. Was sind die Clan-Ratten? Stimmt das so überhaupt? Müsste. Schilde. Nein. So. Gut. Dann brauchen wir wieder die... Poisonwindmortars. Giftwindkrieger, genau. Kein Geld. Gut. Geld. Ich würde natürlich sehr gerne hier hingehen und das jetzt machen. Aber nachdem ich es da verloren habe, habe ich kein Geld. Das heißt, ich muss eigentlich eher da oben weiter marschieren. Geld machen. Plündern, ist klar. So. Moment. Wir haben jetzt hier das Problem... Genau. Wir haben hier eine feindliche Einheit. Das muss ich plündern und zerstören und töten. Okay. Knapper Sieg angeblich. Angeblich ein sehr knapper Sieg. Ich sehe das jetzt anders. Ich sehe das sehr anders. Aber gut. So ist es halt. Gut. Ja, mich regt auf, dass ich den einen Typen verlieren werde. Weil ich werde mich zwar zurückziehen können... Wenn der damit angreift, aber... Ich werde nicht weit kommen. Gut. Gut. Krieg. Wo bist du? So. Ich sehe nicht... Wie in irgendeiner Art und Weise das hier... Ein knapper Sieg sein soll. Man muss das manuell fighten. Ich habe letztens versucht, zu verhindern, dass sein Bums meinen Bums angreift. Das hat nicht funktioniert. Deswegen werde ich das jetzt ein bisschen anders spielen müssen. Wir werden hier eine Menge Wums... Wir werden hier eine Menge Wums haben. Wir werden hier eine Menge Wums haben. Passt. So. Gut. Seine Orgel kann nur noch 400 Reichweite. Ich habe 500. Und ich fange auch schon an zu böllern. Sehr schön. So muss das, ne? Gut. Die können vor. Die sind egal. Gut. Gut. Dingschredder. Die können da hin. Und die Kanonen dort. So. Schauen wir mal, ob wir da was machen können. Wahrscheinlich eher nicht. Aber man kann ja mal gucken. Ein bisschen nerven. So. Genau. Fähigkeit schon wieder vorbei. Gut. Macht da dann nichts. Irgendwas schießt zurück. Könnt ihr die Orgelkanonen zerstören? Das wäre sehr nett. So. Okay. Dann wussten wir hier mal irgendwas. So. Ähm. Gut. Aha. Es sind ja einige Kanonen. Okay. Müsste soweit passen. Ähm. Was geht hier? Ah ja. Auch sehr interessant. Gut. Was ist das denn für ne Scheiße? Hey. What the frick, man. Ja, wir sind die Kanonen. Wir können weit schießen. Nein, lass in Nahkampf gehen. Ich kotze ab, man. Ich kotze ab. Das kann nicht deren Scheißernst sein. Also halt wirklich nicht. Das ist halt cool. Aber Leute, nein. Das geht so nicht. Alter, das kann man sich... Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist ein Schwachsinn. Was ist ein Schwachsinn? Krass. Krass. Wo sind wir? Da. Mann. Mann, Leute. Also... Na? Ich habe ja schon viel durchgemacht, aber das ist... Next Level Garbage. Ihr könnt auch gern irgendwas anderes angreifen. Das ist voll egal. Wann möchtet ihr denn bitte Zwerge ähm... Angst haben und verschwinden? Wann ist es euch genug? Und... Bitte hau ab. Bitte hau ab. So. Also irgendwann ist es halt auch am Ende, oder? Die, die, die. Ja dann, die, die, die. Die, 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 die. Die, die. Die, die, die. Die, die. Die, die. Die, die. Oh, teuer, teuer, teuer. Aber ich muss es einnehmen. Ich muss es vernichten. Einfach damit ich hier nicht zwei Armeen gegen mich habe. Wisst ihr? Das ist schon wichtig. Da ist was gestorben, okay. Ja ich muss mich zurückziehen. Ich muss mich so krass zurückziehen. ziehen jetzt. Full Retreat nach Hause für ein paar Züge, weil ich verliere hier einfach zu viel an allen Fronten. Tretch ist tot, sein Pack ist tot, Quique verliert seine Red Guards. Läuft gar nicht aktuell. Gefällt mir die Mule. Na komm. Könnte so heftig sein. Oh, da weiß der Zweppel nicht aufgeben. Cool. Na komm. Na komm, was kaputt. Aber das ist ja alles an Buffs, an die Buffs drauf, auch so großartig. Okay. Ja, Leute. Schlimm. Also da ist was gestorben. Die sind gelaufen, warum auch immer. Keine Ahnung. Ätzend. Einfach nur ätzend. Das zweite Jahr mir ging, aber es läuft nicht. Es läuft so schlecht. Ich komm nicht weiter, ich komm nicht weiter, ich komm nicht weiter. Die Zeit rinnt mir durch die Finger. Ich denke halt immer so, ja, spielst mal ein bisschen. Klappt nicht. Es klappt einfach nicht. So. Es wird Zeit, abzuhauen. Es wird Zeit, weit, weit, weit zu gehen. Genau. Okay. Gut. Was kriegt der hier? Knochenreise. Okay. Weil die müssen heim. Ich muss irgendwie hier so durch. Du hast Wapstone, ja, ja. Lass alles machen. Lass alles machen. Das will er das nicht mehr. Gut, ist egal. Wir haben endlich den Handelsdingens mit ihm. Ist gut. Das ist sogar sehr gut. So. Jetzt hoffe ich nur, dass ich Queek nach Hause kriege, damit ich dem die Red Guards wieder ausbilden kann. Das ist halt am Arsch. Der wird sterben. Da muss ich lang. Blub, whatever. Okay, gut. Eine Runde. Tschüss. Ah, ich hab vergessen die Warcrise. Ich muss noch die Warcrise machen. Ja. Yo. Leute. Was soll das denn? Was soll das? Ich mein... Aua. Nein, will ich nicht. Ist egal. Schlimm. Ist der Raikland schlimm? Der war da. Bis eben war der da gar nicht. Ich zieh mich mal zurück. Lauf weit, lauf weit, lauf weit, lauf weit, lauf weit, lauf noch weiter. Oh Gott. Okay. Mit etwas Glück kommt er nicht nach. Gut. So. Von Liebens. Der hat so viele Single Target Bölle Einheiten. Das ist krass, Mann. So, das dachte ich mir schon. Das ist gut. Ich hab halt keine Verbündeten und nix und ich hab keine guten Armeen irgendwo. Also die Armeen sind nicht schlecht. Aber es ist halt nicht so wie bei... Bei den Lizards, wo ich sag, hey, ich hab hier 18 Stegadons. Ein Lifeslan und noch irgendeine andere Bumseinheit. Und damit kann ich halt über 5 Armeen auf einmal drüber raufeln. Und fertig ist. Na, so ist es halt nicht. Das ist das Problem. Egal. Die eine Quest schaffe ich leider nicht. Schau. Vielleicht kann ich die Wächter noch hier. Ja, ne. Obwohl... Ja, vielleicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber wenn ich schon mal hier bin... Ich hab ja gar kein Geld mehr. Krass, Mann. Okay, ähm... Ah, das wurde schon geplündert, ja dann. Plündermodus. Laufen, 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 laufen. Ganz weit laufen. Erstmal wieder nach Hause. So. Äh... Noch ein Giftwind-Mörser. Noch ein Giftwind-Mörser. Dann... Giftwind-Krieger. Und zwei G'sails. Wo sind sie? Da. Okay. Passt. Intrige läuft ab. Deswegen hab ich so wenig Geld. Und die Intrige ist wieder da. Und ich hab wieder Geld. Gut. Die ist so wichtig. Gut, das passt. Passt. Drei Runden, dann hat er das. Trätsch, whatever. Gut. So. Plündern, plündern, plündern. Ich brauch ja Geld. Ich benötige ja Geld. Ohne Geld kann ich hier nämlich nichts machen. So. Plündern. So. Mit der Kohle kann ich jetzt versuchen, weiterzugehen. So. Krieg kriegt wieder sein... ...Dingens zurück. Ich könnte natürlich versuchen, das auch noch zu zerstören. ... ... Es müsste schon gehen eigentlich, oder? Ich check's halt nicht. Okay. Lassma's. Anderer Plan. Ähm. ... ... ... ... Anderer Plan. So. Mit etwas Glück kriege ich ihn so weg. Schauen wir mal. Und dann kann nächste Runde Queek in Lagerstellung und das Ding ausbilden. Dauert halt... whatever. Dauert dann halt lange, aber... So ist es dann halt, ne? Gut. Braucht Skrotz noch eine Hilfsarmee? Und wenn ja, welche? Ich würde vielleicht mal einen Warlock Meister nehmen. Todesräder, Wobblitzkanonen, ja. Weil... der kann ja... wir könnten ja wirklich... Ich könnte einfach nur ne Armee machen mit nem Haufen Giftwindmörser und Wartflammenwerfer und so. Ist dann aber alleine ziemlich anfällig. Das ist nicht so gut. Das sind Dingschredder und keine Todesräder. Mal schauen. Genau, Warp Turbine. Boah, wie teuer die Gebäude geworden sind. Ja gut, hier hinten droht mir aktuell keine Gefahr. Das könnte man noch bauen. Okay, okay, okay. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Weil die Red Guards haben das Problem, sie brauchen... Alter, was ist das denn jetzt alles? Jetzt kommen die ganzen Elfen, jetzt kommt alles, alles kommt jetzt her. Krass, Mann. Ausnahmslos alles. Ist egal. Es bräuchte halt nochmal ne Chaos Invasion, aber eine die halt wirklich Schaden macht. Oh, Raikland greift Etain und Hexor um. Das ist ne Chance für mich. Ja. Aha. Hä, die gehen da drauf ohne Blitzschlag? Okay. Äh, puh. Puh. Na gut, mal schauen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ist alles, alles schwierig hier? Alles schwierig. Alles schwierig. Alles schwierig. Ja, du läufst. So. Teuer. Die haben nichts. Sehr teuer. So. Äh, gut. Weil das Ding ist, wenn sich der... ...hin stellt. Acht Runden. Ja, acht Runden. Nee, 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 nee. Du, da... Nee. Ah, 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 ah. Der läuft... ...hier runter. Okay? Der läuft da runter. Dann... Kann ich... Wie weit kann ich denn mit dem Tunnel-Netzwerk? Genau, ich tunne mich hier hin. Ich kann jetzt zum Klan kommen. Was können wir für dich machen? Jawohl, das Schutz bin es wahrscheinlich nicht. Aber das können wir machen. Schade Idee! Äh... So. Dann haben wir nämlich hier keinen Stress, wenn wir uns durchtunneln. Das heißt, ich tunne mich erstmal hier hin. So. Und der... ...tunnelt hinterher. Ja. Hallo? Hallo? Okay. Gut. Dann kann er sich nächste Runde darüber vielleicht tunneln oder wie auch immer mal gucken. Ist dann auch egal. Hauptsache da tut sich was. Okay. Ähm... Pass auf. Du bildest jetzt erstmal das aus. Weil die To-Sails gehen dann schneller, das passt. Der hier... Kann das da doch töten, oder? Steht da halt so rum. Tschüss. Gut. Ein kleiner Sieg. Den nehmen wir mit. Gut. Anschließend. Plündern. So. Der muss ja ab nach Hause. Gut. Okay. Gut. Die wurden noch nicht bewegt. Die laufen jetzt mal weiter. So. Stinkst like a grace here. Aha. Gut. Okay. Der geht dorthin. Der geht... Ja. Er ist von hinten nach vorne. Obwohl... Ne. Der geht hier hin. Genau. Ja. Ja. Stufe 5 bauen. Das ist ne Menge Geld. Lohnt sich das? Lohnt sich das? Lohnt sich das? Keine Ahnung. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Einfach mal machen jetzt, ne? Und nur Gutes. Und den Bums, den krieg ich schon irgendwo wieder. Aha. Baumaß, dann Hammers, whatever. Das ist neu. Stoppt Randalien. Macht ordentlich. Wumms. Die Frage ist halt... Also die wirkliche Frage ist halt... Will ich das jetzt bauen oder nicht? Weil... Schlecht ist nicht. Aber... Teuer. Ja gut, das kostet hier nur 3000. Das geht schon. Ganz schön teuer. Gut, ich weiß nicht, wo ich mit dem hin möchte. Aber ich würde schon sagen, mit dem gehen wir mal hoch. Und versuchen richtig Damage zu drücken. Ja. 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 Probieren wir's aus. Ich will das ausprobieren, wie gut diese Armee ist. Ich will das ausprobieren. Ich will das wissen. Ich muss diese Erfahrungen sammeln. Und mit Queek würde ich tatsächlich, nachdem hier links jetzt so viel Stuff kommt, ich würde hier das erstmal alles unter Kontrolle bringen wollen. Irgendwie. Ne. Zeugs zerstören. Hier Etheine und die Hexoatel und alles. Weil hier kommt so viel Krang. Das muss erstmal unter Kontrolle gebracht werden. Und der hat vielleicht Glück und kann alleine überstehen. Wer weiß. Mal schauen. Ne. Die haben hier Regeneration und alles. Das sieht gut aus. Jojo. Schauen wir mal. Ich will das wenigstens noch in trockenen Tüchern irgendwie haben. Ähm. Das ist auch lustig, dass es Eetein heißt. Also Eetein. Eetein. Mal gucken. Wie gehts auf den ganzen Tag platzieren? Oh. Können wir er hier? Nur Dudek. Meerd der in なur vor • Er will schon wieder irgendwas, will ich aber nicht. Gut, das muss ich noch lesen, das muss ich noch mal, es gibt so viel was ich noch tun muss und möchte. Gut, also Caras a Carac habe ich langsam so ein bisschen unter Kontrolle, ein ganz kleines bisschen, aber nicht wirklich. Also unter Kontrolle ist es nicht, es ist eher so auf Abstand gehalten. Ja, Herold, Sendboote, Tlaxlan, Wächter, Vulken, Ewa, egal, 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 egal. Ja, geh weg. So, Unterstadt entdeckt. Was doof. Die Großherden kommen schon wieder. Unterstadt entdeckt. Ja, dann müssen wir sie abreißen. Schade. Sehr schade, aber gut. Passiert. Ah, wir gehen weiter. Ja, wir gehen weiter. Einfach weiter gehen. Das passt. So. Quick kommt rüber. Der kommt rüber. Das ist gut. Dann kann der. Er kann ihn nicht. Passt aber. Nächste Runde des Sales. Könnte tauschen, aber nee. Okay. Gut. Wir laufen weiter. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Voll egal. Okay. Quiek, das, das. Gut. Ähm. Kommt der? Sehr schön. Gut. Schauen wir mal. Ob wir Splitterfels. Könnt ihr auf Stufe 4 machen. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. So. Haben wir gemacht. Süß. So, hier geht grad gar nicht. Ja, warte, 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 warte. Ich hab ja gar keine Nahrung für den Bums. Ne? 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 Solange ich keine Nahrung hab, bringt das alles herzlich wenig. Ne? 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 Das will ich noch haben. Ja, ja. Nächste Runde. Okay. Das wird halt langsam aufgebaut. Ja. Uff. Wow. Wow. Zehn Runden warten. Okay. Der plündert. Das dauert, das dauert, das dauert, das dauert. Ja, ich plündere grad nicht, ne? Okay. Ja, gut. Äh. Weiter gucken. Vier Stunden schon wieder. Baaah. Na gut. Ja, sorry boy. Das ist jetzt nicht möglich. Obwohl... Okay, also angeblich sollen Zimmertüren zu bauen schwerer sein als Böden zu verlegen. Ich finde das sehr interessant, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich habe davon noch absolut keine Ahnung. Kann ich mir nicht leisten. Und der Stadt in Tobaro fertig. Dann machen wir hier doch gleich mal wieder Geld. Geld, das da. So, gut. Okay. So, ich könnte den da angreifen. Ich hätte so Lust da drauf zu schlunzen und zu gucken, was das kann. Ich habe aber auch ein bisschen Angst. Jetzt gucken wir mal. So, Quique ist fertig. Dann baut Quique jetzt mal einen Jesea. Einfach so. Quique könnte ins Lager gehen, auch wenn es keinen Unterschied macht, okay. 3.000 Geld, das hole ich mir. Hallöchen. Außerdem gibt es wieder ein bisschen Nahrung. Nahrung, ne? War nicht schlecht. So. Der braucht noch eine Runde. Dann kann er das ab. Moment. Quique kann... Stopp. Stopp. Eigentlich könnte Quique auch hier... Na, kann er... Na, ne, kann er nicht. Kann er nicht. Er kann hier hingehen. Und dann kann er einen Jesea bauen. Und das war's. Genau. Der könnte... Ja, nein. Okay, der bleibt da auch. Gut. Passt. So. Der gute Kerl kann... Ich könnte mich hier selber plündern. Ja. Gibt Nahrung. Gibt Nahrung. Ich brauche Nahrung. Nahrung, Nahrung. Ich wollte dieses Gebäude bauen. Das ist dieses Clan Eschen-Dingens, glaube ich. Hauptquantier der Clans. Genau. Sehr gut. Schöner Bonus. Ansonsten... Na ja. Ja, irgendwann gibt's Mäuerchen und das Ding und so. Aber das hat hier alles Zeit. Das wird langsam gebaut. Der plündert. Und der da... So, ich könnte jetzt hier plündern. Oder ich greife den da. Weil der steht, glaube ich, daneben. Ich hätte so Bock, das einfach auszuprobieren. Federschmiede. Okay, ich blitzschlage es. Er hat meinen Hinterhalt nicht entdeckt. Warum soll ich das verlieren? Leute. Wie? Ich glaub das nicht. Ich glaub das einfach nicht. Ich glaub's nicht. So schwach kann diese Armee nicht sein. Ist einfach... Macht keinen Sinn, dass die so schwach sein soll. Hallo? Wie? Warum? Selbst wenn es kein Hinterhalt wäre, müsste das easy sein. Aber gut, schauen wir mal. Das werde ich auch nie verstehen, warum du manchmal mit Null startest, aber okay. Okay. So. So. Wir haben hier Giftwindmörser und hier Giftwindmörser. So. So. Die bitte nicht plänklern und einfach böllern. So. Wir haben Scrotz den Mutanten. Wir haben Scrotz den Mutanten. Der kann Regeneration. Er kann... Er kann... Einen Buff. Er kann Stuff herbeirufen. Und... Ja. Er hat den Mut. Das kennen wir ja schon. So. Ich sag's mal so. Okay. Und wir haben den Ashenzauberer. Der kann noch nicht viel. Aber der kann irgendwann irgendwas. So. So. Die Ratten herrufen. Der geht drauf. Ihr greift bitte da an. Ihr geht dort. So. Schön den Buff drauf. Was ist das hier? Führerschaft. Nahkampf. Gönnung. Gönnung. Der kann Leute rufen. 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 Äh. Das muss nicht sein. Kannst du das auf dich selber machen? Ja. Dann gönnen. So. Ihr werdet da irgendwie angegriffen. Und ihr müsst da auch mal abhauen. Das ist sehr interessant. Okay. Ja. Die werden irgendwie angegangen. Ah. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Aber okay. Ansonsten. Noch mal einer Ratten oder? So. Die fliehen. Aber das ist doch so schlimm. Oh. Geht so weit eigentlich. Geht so weit eigentlich. Oder? Ready. Ready. Also man nimmt schon Schaden. So ist nicht. Na. Die Viecher kriegen ja schon gut Schaden. Das ist fast tot. Aber okay. Aber okay. Die Helden sind halt gefährlich. Ne. Der hat Angst. Aha. Ja. Dragonslayer. Ja gut. Das ist die Dragonslayer. Dann natürlich starten wir uns in das Plan. Das ist Plan. Ja. 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 Mein Bistar. So. Den kann man boosten. Den kann man boosten. Ja. Gehen wir rein. Noch mehr Boomstz. Heil Dich mal. Schade, dass es nur 2x geschieht. Aber okay. Okay. So, jetzt hat er keinen Bock mehr. Wenn es kein Hinterhalt gewesen wäre. Hm. Knifflig. Hätte knifflig ausgehen können. Ich wusste natürlich gerne mal, wenn ich das so mache. Wenn ich alle schleiche. Nicht zu entdecken. Ah ja. Ja, perfekt. Das ist schon nicht schlecht. Okay, ich lasse jetzt durchlaufen wegen der Regeneration. Na. Die regenerieren nicht. Die schon. Okay. Okay. Ja, gut. Der kann nichts machen. Aktuell. Die machen nur statt brandale Führerschaft. Okay. Ja, gut. Ist okay. Der ist low. Die Höllengrubenbrut. Die sieht aus, als würde sie sterben. Wenn sie tot ist, muss ich halt zurückgehen und sie neu ausbilden. Dann ist es halt so. Ist aber eine interessante Armee. Finde ich schön nicht interessant. Die Dragonslayer, die sind gefährlich. Also du musst schon auf das gehen, was gefährlich ist am Anfang. Nicht einfach nur blind irgendwie drauf. Die Dragonslayer, die hätte ich weghauen müssen, aber ist okay. Die sieht aus, als wäre sie wirklich tot. Ja, sie ist tot. Gut, okay. Gut. Das heißt ja dann für mich quasi, der muss... Ach, Leute. Das heißt für mich ja dann quasi, ich muss mit dem wieder zurück. Weil der braucht die Höllengruben gebrut, ne? Genau. Okay. Gut, gut, gut. Der kann nichts machen. Der kann nichts machen. Kommandant nicht bewegt. Vollkommen egal. 2000. Ja, ne, passt schon. Ja, ja. So. Schaden. Oder den Gegner die buffen. Ja, so ein debug ist, glaube ich, ganz wichtig. Nose, I dominate. So. Okay. Gut, schauen wir mal. Also eine Gruben gebrut habe ich verloren. Das ist natürlich schade. Ja, ich blinder mich selbst. Das weiß ich. Das ist egal. Ich muss halt gucken, wenn ich jetzt in Lagerstellung gehen würde, wie lange dauert es? Wahrscheinlich sind es sechs Runden, ne? Das wären dann wahrscheinlich wieder sechs Runden in Lagerstellung, das schaffe ich nicht. Sechs Runden in Lagerstellung zu warten, ist für eine Armee zu gefährlich, glaube ich. Ich könnte mich, ja, ich könnte mich theoretisch, sag mal so, ich könnte mich nach Dingo-Kratz oder so hinstellen. Attentat. Leute, lasst doch diesen Scheiß. Why? Please, nein. Einfach nur nein. Ist das ätzend. Unterstadt entdeckt in Cambry. Es wird immer schlimmer. Jetzt verliere ich Stück für Stück alle Unterstädte. Merkt's ja das? Merkt's ja das? Womit ich hier zu kämpfen hab? So. Äh. So. Gut. Also, nächste Runde. Dings wieder bauen. Das müsste gehen. Was ist denn jetzt? Muss ich das jetzt verstehen? Hallo. Wieso will er das jetzt nicht? Schade. Aber gut, dann müssen wir hier alles aus... Alles weg machen. Ist halt so. Der muss hoch. Geht grad nicht. Ja, dann. Brüdern, stell dich hin und plündern. Ist so egal. Hier haben wir vier Armeen, die rumplündern können. Ist doch nice. Ja, kill them again. Genau. Tschüss. Frank-Wortz. Ausrauben. Plündern. 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 Genau, hier plündere ich mich selbst. Ist aber erst mal vollkommen egal. Lokale Effekte. Ja, wir können auch da plündern. Ist auch egal. Der braucht noch. Das dauert jetzt halt. Das ist jetzt so. So, der wird endlich unsterblich. Sehr schön. Und der da braucht noch ein bisschen, bis er unsterblich wird. Okay. Gut. Das ist egal. Ja, gut, der braucht halt noch eine Runde. Okay. Hier könnten wir natürlich noch was bauen. Okay. Gut. Passt. Passt, 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 passt. Es wird nicht wirklich besser, ne? Habt das Gefühl, es wird nicht wirklich besser. Na gut. Na gut. Egal. So, das Geld hätte ich gern gehabt, kriege ich aber nicht. Itza ist so stark geworden. Nein. Ganz bestimmt kein Bündnis. Es ist so wild, dieses Spiel. Es hört nicht auf. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier mit einer Vierer-Truppe in die Wüste ziehe, um hier zu plündern, Schaden zu machen, Zeugs niederzureißen, und, und, und. Das war klar. Weil, Zittlung wurde niedergelöst. Okay. Doof. Doof. Wieder Geld weg. Und ich da drüben das Ei nehme und hier plündere und mit dem anderen hier. Dann habe ich zwei bis drei Fronten, wo ich plündern kann. Das müsste dann schon passen. Na. Okay. Nur mit der Nahrung läuft's grad nicht. Das ist grad irgendwie so seltsam. Ultra seltsam. Weil die Nahrung müsste laufen, wisst ihr? Den brauchen wir noch. Den brauchen wir noch. Den eher... Naja. Na, lassen wir's mal. Ähm, weil ganz im Ernst, Tiefenreich macht plus Siedlungsunterhalt ist teuer. Ja, aber plünder... Ja. Ist seltsam. Ja, gut. Machen wir mal so. Trauerprophet. Ich schreibe dauernd irgendwelchen Staffrei. Seht ihr das? Nö. Wird nicht einmal zählen. Okay. Ähm, gut. Und... Und... Untrusted Worm. Poison after. Ähm... Should kill when get get chance. So. Du... Poison after. Poison after. Das da. Dauert halt wieder drei rum. Dann ist das. So. Done. Den da. Gegen den da. Gut. Run, Bulls! 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 Ja, unterstatt zerstört, unterstatt zerstört. Ätzend, aber gut. Gut. Dann. Der geht runter. Zusammen mit dem. Und die gehen hier rüber. Quer durch die Wüste. So. Gut. Laufen, laufen, laufen. Passt. Der plündert sich halt langsam was zusammen. Das dauert eben. Obwohl der auch hier plündern kann. Ganz im Ernst. Ist doch egal. Außerdem, vielleicht ist ja hier wieder Geld zu holen. Schaut mal. Vier tausend. Siebzehn Runden. Ändert nicht viel. Ist natürlich doof, dass die jetzt so schlecht ist. Siebzehn Runden. Es gibt nur wieder Forschungsdinge. Den Glockenpolierer brauche ich gerade nicht. Lieber die Forschung. So. Aber. Ja gut. Das wird noch dauern. Das brauche ich. Das. Dann das da. Und dann erst kriege ich langsam die Kapazität. Ja gut. So. Passt. 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 Ich glaube, ich habe es endlich geschafft. Ich glaube, ich habe es endlich geschafft. Irgendwie. So. Und der geht jetzt dann irgendwie da hoch. Ja, die Höllengrube hätte ich gern gekriegt, war aber nicht. Der geht halt irgendwie da hoch. Keine Ahnung. Und macht da diesen Kram und tut es. 53. Mal sehen, wie meine Nahrung jetzt dann ausschaut. Letzter. Letzte Runde jetzt. Jetzt ist dann wirklich Schluss, Mann. Ende. Gelände. Und fertig ist. So. Na ja. Wie es halt immer so ist. Alles, alles schwierig, alles knifflig. Werde ich heute nichts mehr machen. Morgen wahrscheinlich wieder. Hier später noch. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Perfekt. Wer. Wo. Der Blitz schlagt Tretsch. Ich spinne der. Aha. Okay. Gut. Gerne. Whatever. Ah ja. Gebrochen. Weil vernichtet. Gut. Glitzerrüstung. Das ist gut. So. 69. Okay, es wird langsam. Aber auch nur, weil ich so viel plündere, ne? Hört so das. Gut. Gut, gut, gut. So. Dann machen wir jetzt Ende. Wir stehen hier oben rum. Befehle sind gegeben. Wir wissen schon, wo sie hinwollen. Genau. Wir gehen nach Kämri. So. Auf nach Kämri. Da laufen die lang. Der... Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der braucht halt mal ein bisschen Zeit. Ist einfach so. Das Geld schaut echt scheiße aus. Aber gut. Ist es halt. Warte mal. Glöckchen bauen. Und das da bauen. Und... Naja. Muss grad nicht sein. Ist egal. Mal. So. Passt. 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 Kommandant nicht den Weg. Genau. Na gut. Wenn der da nix hat. Stopp. Okay. Da machen wir noch was. Tschüss. Na ja. Okay. Ja, der plündert da jetzt erstmal rum. Passt schon. Passt schon. So. Okay. Ich krieg's echt nicht hin, dieses Spiel zu beenden. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Ich krieg's nicht gebacken. So kann ich irgendwo noch was Gutes bauen. Ah. Okay. So. Ich beende jetzt die Aufnahme, sonst mach ich's nie. Das läuft jetzt durch und dann ist Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 EEb Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020